Hier sind wir. Das ist der Stand der Dinge. Es ist der vierte Abend hier mit unserer Truppe. Wir gehen kurz die einzelnen Leute durch, die Söldner. Und dann überlegen wir, was wir als nächstes machen. Ich glaube, zuletzt Inventar-Management haben wir schon erledigt. Aber wir müssen ein paar Pläne schmieden. Aber dazu gucken wir erst mal in unsere Übersicht. Warte mal, das geht irgendwie noch besser, glaube ich. Taktik an sich, Browser, Söldner-Info. Genau, das wollte ich mir anschauen. Also, wir haben Walter Kiesel, den Boss der Gruppe. Auch genannt Stone. Nennt er sich selber. Ja, er ist vor allem, hat gute Führungsqualitäten, einigermaßen gute Treffsicherheit. Seine Vorteile allerdings sind dementsprechend auch eher Sachen eines Anführers. Er verringert den Preis für Operationen, Bootsreisen und kann besonders gut trainieren, Miliz ausbilden. Außerdem, Bauchlage ist sein Metier. So, dann haben wir Barry Unger. Barry Unger ist unser Mann für die Sprengstoffe. 95, das ist seine absolute Spezialität. Er ist inzwischen der schlechteste Schütze, denn MD hat aufgeholt. Kommen wir gleich dazu. Aber natürlich brauchen wir ihn wegen dieser Sprengstoffangelegenheit. Wichtig ist, er produziert auch selber immer diese Hohlladung alle paar Tage. Ja, das ist eigentlich das Entscheidende. Außerdem hat er Stürmen und Säubern. Das heißt, er kann nach dem Werfen von Granaten und dem Nutzen der Schrotpfünde noch eine Gratisbewegung machen. Wobei, wir müssen mal gucken, wenn er so eine schwere Rüstung hat, ist das eigentlich ein bisschen verschenkt. Also, dann sollte er vielleicht den mittleren haben, dass er sich eigentlich noch weiter bewegen kann. Darauf muss ich noch mal ein bisschen achten. Er hat nämlich jetzt inzwischen eine sehr, sehr gute Schrotflüte. Wir haben Dr. Michael M. D. Dawson, der aufgeholt hat, ein bisschen in Treffsicherheit. Das kommt auch wegen seiner hohen Weisheit. Er lernt relativ schnell. Er ist natürlich unser Arzt, unser Sanitäter. Ja, er hat hier so eine spezielle Sache, dass wenn die Moral hoch oder sehr hoch ist, wenn er trifft, 15% Panik auslösen kann. Das wird sicher nicht auch so oft passieren. Dann haben wir Kalina Sokolowa, eine unserer Scharfschützinnen, eine Ukrainerin, die gleichzeitig unsere Technik-Expertin ist. Ja, einigermaßen gut, mit 70. Sie ist Sprinter, hat eine erhöhte Gratisbewegung, Reichweite, wenn sie leicht oder keine Rüstung trägt. Das ist richtig stark, damit ist sie super schnell. Sie hat außerdem dieses Winchester-Gewehr, wo sie mehr zielen kann und noch einen Genauigkeitsbonus hat. Das ist ziemlich gut. Dann haben wir Monica Bunz, Sonderguard, unsere zweite Scharfschützin. Das ist auch die beste Schützin im Team mit 89 Treffsicherheit. Sie hat die Fähigkeit, das, was immer du tun kannst, dass wenn sie schon Ziele beschießt, die vorher von einem anderen getroffen wurden, es einen Genauigkeitsbonus gibt. Eine Sache, die ich immer vergesse, die man noch ein bisschen gezielter einsetzen kann. Außer im Inspirieren der Schlag, das ist eine wichtige Sache. Wenn sie mehr als 50 Schaden macht mit einem einzelnen Angriff, was durchaus bei Kopfschüssen regelmäßig passiert, erhöht das die Moral der Truppe. Einmal. Und ablenkenden Schuss, sie kann überwachen und festnageln, beenden. Das ist auch sehr cool, außerdem ist sie so Feldsanitäterin. Dann haben wir Keith Bloodhansen, der vermeintlich OP ist. Aufgrund seiner Wurfmesser, die er sehr schnell und in unendlicher Zahl fast besitzt und sehr schnell werfen kann. Außerdem hat er ebenfalls Stürmen und Säubern. Naja, Strohfinder hat er nicht. Aber er hat diese Vorhutfähigkeit. Also er bekommt sowieso, er ist ein Nahkampfexperte, genau muss ich sagen, Stealth-Nahkämpfer. Und er bekommt Eifer im Nahkampf. Warte mal, wie ist nochmal die genaue Mechanik? Er halte 15 Eifer bei einem erfolgreichen Nahkampfangriff. Mit Vorhut bekommt er auch Eifer, wenn er keine Deckung hat oder wenn er direkt neben einem Feind sich befindet. Und Eifer ist gewissermaßen wie eine Art Rüstung. Das wird zuerst abgezogen, bevor Gesundheit abgezogen wird. Eine wichtige Sache für ihn als Nahkämpfer. Ja, das ist unsere Truppe. Okay, so, wir gucken mal ganz kurz auf die Quests, die wir hier haben. Hauptquest ist natürlich, den Präsidenten zu retten und den Major, quasi unseren Übersacher, äh, Übersacher, Widersacher zur Strecke zu bringen, äh, zur Strecke zu bringen. Was ist los heute mit mir? Wir sind gerade in Port Kakao gelandet, da haben wir aber erstmal alles erledigt. Und wir haben jetzt nur so allgemeine Aufgaben, nichts Spezielles hier zu tun. So, der Stand der Dinge ist, dass wir diesen Hafen gesichert haben. Dann haben wir hier so eine Schrotthalde gesichert. In beiden Orten gibt es übrigens eine Reparaturwerkstatt. Etwas, was ich noch gar nicht das letzte Mal gezeigt habe, äh, oder gesehen habe. Wir können dort Munition herstellen selber und Sprengkörper herstellen. Ähm, das ist nochmal ganz relevant. Und wir haben die Mine befreit. Das ist jetzt für uns natürlich sehr wichtig. Wir haben jetzt täglich ein kleines Plus im Einkommen. Und haben auch noch ein gutes Guthaben, sodass man sich vielleicht überlegen könnte, ob man einen weiteren Söldner engagiert, der so für Spezialaufgaben, ähm, ja, der für Spezialaufgaben herhalten kann. Ja, das ist erstmal der Stand der Dinge. Ausrüstung haben wir, glaube ich, alles sortiert. Da werde ich jetzt nichts mehr machen. Was wir aber irgendwann mal tun sollten. Es gibt so ein Sektor Inventar. Ich weiß gar nicht, wie man da hinkommt. Inventar. Sektor Versteck, genau. Man kann tatsächlich, also Kram, der einem den Inventar zumüllt, das Inventar zumüllt, kann man in Sektoren deponieren. Und wir müssen uns dann mal irgendwann überlegen, wo, in welchem Sektor wir das machen, wo quasi so eine Art Hauptbasis ist, wo wir die Sachen liegen lassen. Wahrscheinlich am besten in einen dieser beiden, weil da direkt dann auch die Reparaturwerkstatt ist, könnte ich mir vorstellen. Gut. Soweit erstmal zur Übersicht. Okay. Jetzt gleich mal die erste Frage. Ich bin am überlegen, ob wir uns einen Söldner holen. Und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Also, was mir am praktischsten erscheint, ist, jemanden zu haben, der Technik ganz gut kann, der zurückbleibt und immer Ausrüstung repariert, sodass man irgendwie so ein rotierendes System hätte. Und im Notfall kann der auch irgendwie rumlaufen und Dinge hin und her schleppen. Das wäre die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, dass Stone, der Boss, zurückbleibt und sich um die Ausbildung von Milizen kümmert und wir für ihn einfach einen weiteren Kämpfer mit ins Team holen. Das ist die zweite Möglichkeit. Ich bin 500 plus, ist ein neuer... Ja, naja, wir haben halt auch aber 232.000. Man findet ja immer zu irgendwas. Es ist ja nicht nur das laufende Plus, sondern auch das hier. Stimmt, das Thema Reisegeschwindigkeit wurde schon besprochen. Können wir uns kurz nochmal angucken. Führungsqualität hat wohl entscheidenden Einfluss auf die Reisegeschwindigkeit. Und da sehen wir, die anderen sind mit Abstand schlechter. 52 ist der nächste. Das spricht dafür, dass entweder den, den wir für den Boss reinholen, eine hohe Reisegeschwindigkeit, eine hohe Führungsqualität haben muss oder der Boss drin bleibt. Ich würde sagen, wir gucken mal, wir gucken mal, was so los ist. Ne, hier müssen wir hin, ne? Genau. So, also man könnte jetzt einen billigen Techniker holen, der zurückbleibt. Wir gucken mal, kostenmäßig. Bobby Gontarski Technik 76. LifeWire Technik 85. Die ist sogar noch günstiger. Das wäre die Techniker-Option. Ah ja, danke, Mr. Soherf. Bitte keine Spoiler. Kein, äh, kein übles Backseat Gaming. So, Fox ist da. Wir gucken mal, wer von den hier Anwesenden eine gute Führungsqualität hätte. Niemand. Äh, bei den Veteranen. Oh, die sind aber schon sehr, sehr teuer. Niemand. Grunty kommt nicht in Frage. Elite können wir uns das nicht leisten. Okay. Das heißt, wenn wir das Argument, ähm, wenn wir das Argument der Führungsqualität jetzt mal als wichtig betrachten für die Reisegeschwindigkeit, dann geht es nicht, dass der Boss zu Hause bleibt. Das heißt, diese ganze Milizgeschichte ist dann auch so eine Sache. Und warte mal. Äh, Milizen findet ihr wichtiger. Das Problem ist doch, wir haben jetzt hier acht Milizen. So, wir haben hier vier Milizen. Nebenbei nochmal vier Milizen, äh, kann man die eigentlich auch verschicken? Oh, warte mal, jetzt wollte ich abbrechen. Kann man Milizen auch verschicken? Ähm, nee, ne? Die bleiben da, oder? Spielmechanische Frage. Kann man die auch hin und her positionieren? Rechtsklick. Die bleiben da, okay. Ähm, wir haben jetzt doch, also bitte spoilert jetzt nicht zu hart, ne? Wir haben jetzt doch keine großen Erfahrungen gehabt mit Gegenangriffen. Äh, im Moment erscheint es mir so, dass wir dieses Gebiet hier bereinigen, dann droht von hier unten nichts mehr. Das heißt, es kann von hier oben noch was kommen und vielleicht von hier. So. Ähm, also die Notwendigkeit jetzt, man muss ja nicht jeden Sektor hier mit Milizen zuflasteren, sondern halt die wichtigen Sektoren beschützen. Natürlich die Mine, haben wir auch mit acht gemacht. Und dann den Hafen zum Beispiel. Und dann ist es auch so. Äh, insofern haben wir jetzt viele Sektoren, die wir ja jetzt erobern und erkunden werden, wo man ja jetzt nicht immer zu Milizen ausbilden will. Das ist jetzt erstmal meine Auffassung. Es kann sein, dass sich das ändert. Äh, lasst mich die Erfahrung machen. Aber im Moment sehe ich tatsächlich diese Top-Prioritäten nicht. Im Moment habe ich eher das Problem, dass wir sehr häufig nicht zu Ende reparieren können. Insofern tendiere ich dazu, einen Techniker zu holen, tatsächlich. Ähm. So. Also, das spricht jetzt für Livewire. Wir gucken mal kurz. Wir nehmen mal kurz Kontakt auf. Hello there. Are you in need of my skills? 14 Tage, 6.880. Mhm. Also, ich habe mal ausgerechnet. Wir werden... Äh, Kohlemäßig ist... Naja, das ist jetzt eine schwierige Sache. Wir haben jetzt knapp 32.000. Wir werden in neun Tagen, wenn wir die wieder verlängern, die vier, ungefähr 27.000, 28.000 bezahlen müssen. Dann zwischendurch noch Bans und noch jemanden. Bans läuft in vier Tagen aus. So, wir verdienen in vier Tagen 2.000. Es ist noch nicht so eindeutig finanziell, gebe ich zu. Ähm. Ähm, vielleicht doch noch ein bisschen zu früh. Ich würde sagen, wir vertagen das Thema noch. Entschuldigt. Aber ich denke, ähm, da warten wir noch einen Augenblick. Okay. Sehr gut, ist richtig billig. Naja, er ist teurer als Livewire. Also, wir lassen das noch. Gut. Nächstes Ziel ist das, ähm, Pore Kakao. Noch dieser Teil davon. Aber bis dahin sollten wir... Was machen die hier eigentlich? Die trainieren, die machen nix. Beziehungsweise Erholung ist da angesetzt. Erholung. Lassen wir die Operation nochmal durchlaufen. Ach nee, Erholung heißt einfach, dass sie nix machen. Man könnte aber natürlich hier hinrennen. Dort noch vier weitere Milizen ausbilden. Dann haben wir die beiden quasi so gesichert. Und der Rest macht so ein bisschen Erholung, Entspannung und so. Und vielleicht noch die restlichen Reparaturen. Nur, ist vielleicht keine schlechte Idee. Also, reisen wir da hin. Sollte relativ schnell gehen. 40 Minuten, kein Thema. Warum will er nicht? Ach so. Die sind beschäftigt mit... Ah, jetzt geht es weiter. Mit was? Mit trainieren. Das wollte ich aber eigentlich abbrechen. Insofern... Bewegung erzählen. Was passiert hier? Okay, alles klar. Ah, ich glaube, wir sehen hier erstmals eine Diamantenlieferung. Diamantenlieferung, die wir abfangen können. Das ist neu. Okay, Diamantenlieferung. Soll dahin kommen, von dort. Ja, passt doch ganz gut. Ja, für uns doch optimal, würde ich sagen. Bis dahin werden wir das unter Kontrolle gebracht haben. Wir müssen bloß jetzt ein bisschen aufpassen. Wir gucken mal, was wir zu reparieren haben. Davon hängt es jetzt ab, ob ich wirklich Miliz ausbilde. Carlina. Barry. Ja, ach so, ich wollte auch noch einmal gucken. Ja, lasst uns ein bisschen reparieren. Hier die 94er. Und dann machen wir eine Milizausbildung noch hinterher. Vier Leute, ist doch in Ordnung. Das haben wir, glaube ich, auf Reserve. Eigentlich ist es ganz gut alles. Aber acht Stunden. Aber ist auch okay. Das nehmen wir noch mit rein. Und dann werden wir ein Reserve-Ding auch noch einmal reparieren. Ich weiß nicht so recht, wie lange die Ausbildung geht. Hätte ich vorher machen sollen. Starten wir das erst mal. Milizausbildung. Das können wir auch mit mehreren machen. Sehr schön. Stone. Und Buns werden das tun. 1.500 kostet natürlich auch wieder. Vier. Zwölf Stunden. Naja, das passt doch. So, und... Dann haben wir noch ein paar Leute, die sich entspannen können. Ach, das geht hier nicht. Ah, das hängt auch immer von der Location ab. Gebiet ausspähen. Hm, ja, das Problem ist, die kamen zuletzt verletzt zurück. Wir können das nochmal probieren mit MD und Blood. Wie lange dauert das? 10 Stunden, wir machen das mal. Vielleicht, wenn sie zu zweit gehen, dann läuft es. All done. If you need me, I will be reading my book. Okay. Alles klar. So, MD und Blood haben den Bereich fertig ausgespielt und Infos gefunden für Sektoren Dschungelflussufer, J10, L7, Stadt von Podcarco R8. Die Mission war unerwartet herausfordert und alle Söldner sind jetzt erschöpft. Das ist natürlich nicht gut. Das geht... Das ist natürlich... Das ist ätzender, ne? In der Satellitenansicht zwölf Stunden lang nichts tun. Ja, Leute, müssen wir machen. So will ich nicht loslatschen. Wie schnell sind die dann da oben mit der Diamantenlieferung? Das dauert noch. So, ich denke, das reicht. Acht Milizen. Also von diesem Aufklären von dem Kampf... Also da bin ich jetzt nicht so richtig überzeugt von. Das kostet einfach zu viel Zeit und damit auch zu viel Geld. Das müsste man eigentlich auch auslagern. Dann irgendwie einen Typen, den man hat, der da besonders gut drin ist. So, jetzt geht's los. Auf nach... Ah, das ist die eigentliche Stadt. Okay, alles klar. Regen. Hören ist beeinträchtigt. Der Zustand der Waffen verschlechtert sich. Und sie leiden öfter unter Ladehemmungen. Unschön. Oh, fucking shut up. Oh wow, die können sich ja gut verteidigen. Interessant. Okay. Dann auch noch mal eine Ankündigung. Ich werde auf jeden Fall mal den heutigen Stream-Abend abwarten. Wenn die Kämpfe wieder so, ja, insgesamt den gesamten Abend über so relativ einfach für uns laufen, dann werde ich mal eine kleine Abfrage starten bei euch, ob wir die Schwierigkeit erhöhen. So, worum geht es hier jetzt? Also, östliche Einsatzzone. Hier kommen wir rein. Okay, komplett, wie wir wollen. Erhöhte Position. Seitengasse mit einer Mauer. Bereich verteidigen. Okay, scheint so eine Art Quest-Mission vielleicht zu sein. Wir sollen hier dieses Rathaus oder so verteidigen. Flankierungsposition. Fahrt der feindlichen Verstärkung. Okay, da kommen die rein. Feinde sind dort drüben. Gut. Das heißt, unser Job scheint es zu sein, möglichst schnell in dieses Haus zu kommen. Vielleicht kann man hier durch Fenster springen. Hier unten ist man ganz gut gedeckt. Und ich denke, von hier aus diesem Bereich verteidigen. Die haben das ja wieder schon ganz gut gemacht. Ja, das wiederum, denke ich, lässt uns die Leute hier am besten einsetzen. Da sind wir dann relativ schnell da. Hier haben wir ein bisschen Deckung. Können dort rein. Vielleicht auch von hinten rein. Das muss ich mir nochmal angucken. Wir werden sehen. Mal gucken, wie wir starten. Okay, es kommen 28. Okay, alles klar. Vermutlich sind das die acht Gegner, die dann einfach kommen. Museum. Ach, das ist Museum. Museum von Adjani. Die Legion greift an. Ja, ist die Frage. Also vermutlich. Wir laufen erst mal hier hin. Das heißt, jetzt werden wahrscheinlich noch keine Gegner da sein. Insofern ist wahrscheinlich. Verstecken ist wahrscheinlich Zeitverschwendung. Fällt mir gerade mal so auf. Könnt ihr mal bitte euch alle wieder hinstellen. Ähm, wir gehen, richtig? So. Äh? Stellen die sich nicht... Achso, das geht nur im nicht pausierten Modus. So, 24 Sekunden. Okay. Okay, okay, okay. Positionieren bei uns. Ach, Emma selbst? Was? Emma Lafontaine ist da? Okay, habe ich überhaupt nicht gecheckt. Wussten wir das? Haben wir von ihr eine E-Mail bekommen? Wartet mal. Pau Kakao gerettet. Ne, das lesen wir nachher. Okay, das ist ja ein Ding. Ähm, gut. Ich würde sagen, unsere... Let's keep moving! Nein. Unsere Leute, die Nahkämpfer sind, Blood und Barry, bleiben draußen. Der Rest positioniert sich oben. Der Balkon ist halbe Deckung. Hier haben wir an den Fenstern volle Deckung. Äh, das... Oh, das ist kaputt. Okay, alles klar. Das heißt, hier haben wir auch volle Deckung. Das ist ein schöner Punkt. Ich würde sagen, also unsere beiden Scharfschützinnen, eine wird da stehen und eine wird da stehen. Allerdings haben wir ja hier auch noch Feinde. Im Notfall ist nicht ganz klar. Achso, es könnte sein, dass ein Teil der Feinde hier ist und Verstärkung von dort kommt. Gut, das heißt, wir werden hier so ein bisschen changieren. Da, zwischen da und da oder da draußen, würde ich sagen. Machen wir das erst mal. Bans geht... Bans hat, glaube ich, die höhere Entfernung. Kalina geht hier oben hin. Erstmal. Kann sein, dass sich das noch verändert. Was ist da, Mann? Blood bleibt... Der ist ja sehr schnell, ne? Den halten wir erst mal hier. Du hast es. Vielleicht auch versteckt dann. Wie kann ich helfen? Barry, der kann Granaten werfen und mit seiner Schrotflinte kommen. Wobei, wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht von rechts unter Beschuss geraten. Dass wir da nicht flankiert werden. Ich würde sagen, Barry bleibt auch erst mal hier irgendwo. Und dann entscheiden wir das. Was wir jetzt mit MD und Stone machen, weiß ich nicht so genau. Ich könnte mir vorstellen, dass die erst mal sich hier hinstellen. Und abwarten, wie die Dinge ablaufen werden. Okay. So, wenn ihr die Mission schon kennt, müsst ihr jetzt die Klappe halten. Ansonsten frage ich allgemeine Hinweise, andere Vorschläge oder sowas. Autos können explodieren. Ja, das stimmt. Das ist nochmal ein guter Hinweis. Das ist ein hilfreicher Hinweis. Das sollten wir bedenken. Gucken wir uns vielleicht nochmal nach einer neuen Position um. Gibt leider hier nicht so viele. Kann er erstmal dahin mal gucken. Allgemeine Hinweise, die Statue mit dem Hund ist schön. Oh ja, wir müssen uns die Sachen... Oh, Generalissimi Xi'an. Proud founder of Grand Xi'an. Ja, wir gucken uns nachher das hier alles nochmal genau an. Ihr meint, die werden nicht explodieren? Die sind schon ausgebrannt? Ja, spannende Frage, ne? So, die sind da. Ich finde, ihr könnt euch jetzt aber hier schon mal schön verstecken. Eigentlich können sich alle verstecken jetzt. Und dann wollen wir mal gucken, was jetzt passieren wird. Ich meine, hier haben wir ja noch Beton, aber das ist nur eine halbe Deckung. Das Holzding, das wird sicher auch zerschossen werden. Das ist eine Telefonzelle oder was? Nee, ernsthaft? Okay. Kalina sieht schon drei Feinde. Oh, krass. Ah ja, die sind da drin. Könnte sie auch schon schießen? Was war das? Habe ich... Habe ich eben... Oh, ich habe geschossen. Ohne es zu merken. Ernsthaft? Ich habe geschossen? Oh, okay. Interface... Interface... Fail? Oder mein Fail? Oh nein, sie hat da durchgeschossen. Naja, gut. Äh, kann passieren. Weitermachen. Ich würde sagen... Wir gehen einfach in Deckung und dann... Das Ort wird sie das schon hinkriegen. So. Gut, wir haben drei dort drüben. Ich rechne trotzdem halt mit denen dort, die bald kommen in fünf Sekunden. Aber vielleicht ist das ein Grund um... Warte mal, wie geht man runter? G. Genau, das Interface sitzt... Interface sitzt immer vor dem Rechner. Ja, ja, klar. Ich kann mal überlegen. Wir kommen tatsächlich hinten nicht raus. Hm. Wenn die jetzt hier massiv von der Seite kommen, dann müssen wir uns neu positionieren. Aber ich würde sagen, wir sind in der Verteidigungsposition. Also warten wir jetzt erstmal mit allen ab, was der Gegner hier macht. MD present. Looking for stealth kill position. Und machen gar nichts. Okay, die laufen raus. Was jetzt nicht das Klügste ist, würde ich sagen. Das ist Nahkämpfer. Okay, da haben wir fünf Gegner auf der Seite. Verstärkung. Vom Meer aus nähern sich Truppen für die Légion. Vom Dschungel aus nähern sich Truppen für die Légion. Kann man diese Nachrichten bitte nochmal lesen? Wo geht das? Notizen. Aha. Vom Meer aus nähern sich Truppen. Vom Dschungel nähern sich Truppen. Truppen der Légion nähern sich aus einer nahegelegenen Mine und tarnen sich als Bergleute. Hä? Was geht denn hier aus? Okay. Habe ich irgendwie zwischendurch was verpasst? Crazy. Ähm. Gut. Kalina sieht immer noch drei Leute. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Vorne läuft ein Nahkämpfer an. Ich glaube, der ist nicht so gefährlich. Den können die anderen irgendwie erstmal nehmen. Überfallanführer sieht auch schon mal sehr gut aus. Der ist natürlich gepanzert mit dem Helm. Ja, du hast eine gute Schusslinie. Wollen wir trotzdem Kopfschuss versuchen? Ja, 77 Schaden. Da kann auch der Helm wahrscheinlich nicht viel machen. Ziel mal genau. Du machst das schon. Fast tot. Mit 55. Sauberer Schuss. Super gemacht, Kalina. Hervorragend. Was hat er für eine Waffe? Ah, irgendwie so eine schwere Maschinenpistole, was das auch mal ist. Eine gute Waffe, wie es aussieht. So. Die anderen sehen noch keinen. Die müssen sich ein bisschen bereit halten. Ich weiß natürlich jetzt nicht, aber gut. Wahrscheinlich kommt wirklich die gesamte Fisch von hier. Wir gucken mal, ob wir eine gute Überwachungsposition haben. Nein, haben wir nicht mit ihr. Man könnte mit ihr natürlich jetzt auch hier rüber laufen, weil im Moment die Gegner alle hier sind. Wäre eine Überlegung. Oder zumindest, dass sie in der nächsten Runde bereit wäre. Zum Beispiel, indem wir sie dahin führen. Oder in die Ecke. Da kann sie ja nicht getroffen werden. Und dann auf Deckung gehen. Machen wir das mal so. Ja, Kalina meint hier, in die Ecke kann ich jetzt nicht mehr machen. Aber wahrscheinlich habt ihr recht, ja. Das wäre der bessere Standort. Hier könnte sie Probleme bekommen. Ich glaube, wir gehen sicherheitshalber deswegen auch nochmal in Bauchlage. Guter Hinweis. So. Die Freunde stehen ja jetzt da. Im Moment kommen die Gegner von dort. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die Position verlassen sollten. Die stehen jetzt gerade nicht ganz so gut. Aber ich habe im Moment noch nicht das Gefühl, dass wir hier riesige Probleme bekommen. Ja, ich will hide und sage, ich will seek. Von der Seite. Stone könnte sich mal hier hinstellen. Und den einen da in Empfang nehmen. Ja, ich will hide und sage, ich will seek. Das ist noch heimliches Töten. Ich glaube, wir machen mit ihm Salvenfeuer. Okay, die Rekruten haben auch noch nicht gecheckt, dass es losgeht. Jetzt sind erst die Verbündeten alarmiert. Von vorne kommt ja keiner. Stone müsste da einigermaßen sicher stehen. Er kann aber sicher kostenlos in die Bauchlage bewegen. Fantastische Eigenschaft. So, die sind jetzt alle reinmarschiert. Du stehst da gefährlich. Ich meine, das ist verlockend, jetzt hier noch den Kill zu machen. Der ist auch fast tot. Aber er hat Schussreichweite. Vielleicht, MD, vielleicht schaffst du es. Versuchen wir mal einen gezielten Schuss einfach. Gute Wahrne, ich glaube. Na, okay. Versuchen wir einen Oberkörperschuss. So gezielt wie möglich. Einen Einzelschuss. Das müsste der Kill sein dann. Wenn er dann treffen würde. Tja, es ist halt MD, ne? So. Okay. Legen wir ihn hin. Ich habe irgendwie gerade nicht so ein gutes Gefühl. Und weil ich kein gutes Gefühl habe, bringen wir auch mal Blatt in die Nähe. Ihr wisst, Blatt ist sowas wie eine Lebensversicherung. No sweat. Mit seiner Machete. Wir haben ihn jetzt ja komplett als Nahkämpfer ausgerüstet. Das kann helfen. So. Im Moment haben wir die Gegner von dort. Ich denke, wir haben noch Zeit. Das ist ein bisschen risky, aber... Ich mache es mal. Ich stelle mich da hin. Und wir gehen auch nochmal in Deckung. Okay. So, der Nahkämpfer kommt. Mal sehen, wie nah er herankommt. Nicht sehr nah. Okay. Der ist, wie gesagt, fast tot. Der Überallanführer ist auch fast tot. Was haben wir da für einen? Der hat eine Pistole. Oh, get them! Was? Okay. Ihr sichert den Rückraum. Ja, ich meine, die können natürlich auch durchs Fenster kommen, aber weiß ich jetzt nicht, ob das so das Tollste ist. Das war schon mal... Taktische Reposition. Er sagt doch gleich, dass du Schiss hast. Ah, mit der Situation angefreundet. Moral steigt. Hä, was ist das denn für ein Effekt? Okay, mit der Situation angefreundet? Ja, alles klar. Finde ich gut. So, Bans. Bans sieht niemanden. Also man sieht... Man kann sich da nicht so einfach vorlehnen. Man muss schon vorgehen. Ach so, das ist eine Spezialfähigkeit von MD. Oh, krass. Okay. So, Kalina. Einmal... Und dann gucken, wen wir ins Visier nehmen. Ich würde sagen, den nächsten... Jetzt machen wir einen Kopfschuss. Sollten wir einen AP lassen? Ja, sollten wir mal. Oh, den dahinter sogar auch noch erwischt. Meine Güte, Kalina. Du bist wieder... Du bist wieder... Grandios in Form. Schau für eine Stealth-Kill-Position. So, also das... Ich habe mich auch schon bei der Situation angefreundet, ja. Gratis-Bewegung. Bei ihr ist es halt gut, wenn sie sich nicht bewegt, weil sie... Weil sie mit der Gewehrmord diese Fähigkeit hat, ne? So, der ist schon schwer verletzt. Na, der hinten ist mir fast noch ein bisschen zu weit entfernt. Aber das ist der Sniper, ne? Der ist der gefährlichere. Ich würde sagen, wir sollten es versuchen, den zu erledigen. Der andere mit der Pistole ist nur halb so gefährlich. Also, Banz. Jawoll. Ha! Seht ihn fallen. Und die Moral ist jetzt schon sehr hoch. Meine Güte, die Truppe ist aber heute auch wieder gut drauf, würde ich sagen. Okay, dann werden wir in Deckung gehen. Das sollte sicher sein. So. Jetzt haben wir ihn, der fast tot ist. Das ist eine Sache für den Boss. Und zwar mit Einzelschuss auf den Oberkörper müsste die Sache gegessen sein. Hervorragend gemacht. Okay. So. Michael hier. Ja, Michael mit Überwachungsfeuer ist so eine Sache. Ist ein bisschen zu riskant. Der Typ ist aber fast tot. Aber an den kommen wir jetzt nicht ran. Wir sollten jetzt nichts übertreiben, würde ich sagen. Ah, okay. Weil er nicht in Deckung ist, kann er... Ah, okay. Alles klar. Dann machen wir es mal so. Und mit Blood mache ich im Moment auch noch nichts. Der bleibt genau dort stehen. Wir werden jetzt hier an diese Ecke gehen. Und ebenfalls noch in Deckung bleiben. Lassen wir die Gegende kommen. Stimmt. Der auch nochmal gute Hinweis. Ich kann auch wieder immer in Schleichen gehen. Das vergesse ich gerne. Oh, okay. Den hatte ich nicht so richtig im Blick. Hä? Alles klar. Den habe ich vergessen. Das war eine kleine Nachlässigkeit. Die darf nicht passieren. Aber... Dafür haben wir jetzt die Rekruten. Ja, ist auch okay. Gekillt. Finde ich gut. Oh, fuck. Fuck. Ja. Habt ihr gut gemacht. Okay. Bands jetzt aus der... ...Position heraus. Da hat sie nämlich jetzt sofort das Zielen, was irgendwie supergeil ist. Das ist richtig auch eine starke Fähigkeit. So. Kannst du jemanden sehen? Nein. Kannst du von da jemanden sehen? Nein. Kannst du den von da sehen? Nein. Wahrscheinlich müsste man rausgehen, um auf sich zu kommen. Aber selbst da nicht. Ich würde sagen, dann lassen wir Kalina mal. Das müssen dann andere erledigen. Der ist wahrscheinlich versteckt da, oder was? Michael hier. Ah, die sieht ihn. Wahrscheinlich Stone nicht, weil er liegt. Oder? Jetzt liegt er nicht und sieht ihn trotzdem nicht. Hä? Wieso kann er... MD present. Wieso kann er... Ah, jetzt sieht er ihn auch gut. Ja? Alles klar. Ich kann sagen, das wird gut sein. Die Haare auf meinen Taten sind zingling. Jo. Ich würde sagen, Salvenfeuer. Auf den Oberkörper. Der Boss ist nicht so... Der Superschütze. Ah, fuck. Aber das war schon sehr solide, würde ich sagen. Hervorragend. Äh, MD muss den Rest vielleicht machen. Äh, der Boss legt sich wieder... Mal gucken, ob du es jetzt... Ja, wenn du der Meinung bist. Der ist schwer verletzt. Vielleicht diesmal auch Salvenfeuer. Probieren wir es mal. Na ja. Nochmal bitte. Erledigt? Oh, MD hat ihn erledigt. Großer Moment für ihn. Sehr gut. Abo, bitte lass mal diese... Schwachsinsbemerkung, ja? Das ist unschön, jetzt hier so eine unsinnige Pseudopolitisierung in diesen Stream zu bringen. Das ist nicht so schön. Ich glaube nicht. Ich weiß gar nicht. Ist das dein erster Kind? Barry würde ich sagen, bleibt da. Das läuft ja alles insgesamt sehr, sehr gut. Und Kalina... Ich weiß nicht, ob da noch einer drin ist. Wenn, dann kommt er vielleicht da raus. Machen wir mal eine kleine Überwachung. Wir haben die Sache jetzt ziemlich im Griff. Du gehst mal hier hin und machst noch einmal Entdeckung, ja? So. Blood bleibt da. Läuft alles erstmal planmäßig. Okay, war... Ah, schaut mal, da ist tatsächlich einer. Definitiv MDs erster Kill, okay. Wir können ja nachher die Statistik mal gucken. Dann sehen wir das. Kalina ist die einzige, die noch was sieht. Relativ schwer. Nur Kopfschuss ist möglich. Aber wir versuchen es trotzdem mit ihr. 10 AP auf den Kopf. Okay. So, die haben wir erledigt. Jetzt erwarte ich jetzt die Verstärkung. Bin mir gar nicht sicher, ob wir jetzt hier in diesem Bereich bleiben sollten. Okay, es können vielleicht auch... Ah! Okay, sie kommen. Okay, also das war jetzt alles bis jetzt easygoing. Aber gut für den Mann mit den Granaten, würde ich sagen. Unser Nahkämpfer ist im Moment... Unser Nahkämpfer ist auch im Moment noch nicht... ...eigentlich in der Position hier gut zu agieren, um ehrlich zu sein. Okay, das ist ein bisschen kritisch. Die ganze Sache ist hier ein bisschen kritisch, ja? Wir müssen mit den Fernkämpfern... Also, einer muss definitiv hier hinter. Das ist ein super Spot. Bans geht da hin. Haben wir hier noch einen guten... Ja, man kann hier hinter der Säule ganz gut stehen. In der Hoffnung, dass man über das Geländer schießen kann. Ah, das heißt Kalina... Ich werde da nicht ein Geräusch machen. Ich werde da nicht ein Geräusch machen. Naja, das Problem ist die Menge an Gegnern, ne? Bei Nahkämpfern... ...ist das etwas schwierig. Ich sehe sie, bevor sie mich sehen. Blood sollte einfach erstmal hierbleiben. Stone... Ja, die Säule ist schon geil, ne? Aber die Säule ist geiler. Ich glaube, wir sollten jetzt hier nicht draußen stehen. Erstmal dahin gehen und dann sehen wir weiter. Und dann ist noch das Barry-Problem. Barry ist da zu weit vorne. Das geht nicht. Barry kommt dahin. Die Säule ist noch nicht enttäuscht. Lassen wir sie erstmal kommen. Ach ne. Da hatten wir ja schon ihn. Wichtig sind jetzt hier... Die sind ein bisschen lahmarschig. Oh mein Gott! Das ist viele, Alter. Alter, Falter. Okay, Buns da oben. Etwas vielleicht zu ambitioniert positioniert. Die Säule ist vielleicht auch für sie geiler. Oh mein Gott! Man könnte aber mit einer geilen Granate starten, oder was? Ich werde versuchen, es schwer zu sehen zu werden. Ich würde sagen, das ist der beste Haufen hier. Oh mein Gott! Ich war nicht so leicht. Ich war nicht so schnell. Du bist zufrieden. Oh mein Gott! Diefst du mich über einen, die Tugezogen. Akteuer ist zufrieden. Aber du bist von dir! So, wenn jetzt Barry, kann er noch eine zweite Granate werfen? Ja. Die sind hier alle fast tot und schwer verletzt. Das machen wir. Okay, das ist jetzt etwas übertrieben gewesen. Okay, ich würde sagen, Gratisbewegung nach Granaten. Oh, warte mal, er könnte sogar hier noch reingehen. Aber da haben wir keine gute Deckung. Ne, dann würde ich sagen, legt er sich einfach hin. Obwohl, hinlegen, ich glaube, die volle, ich bin mir nicht ganz sicher. Was ist besser? Gehockt hinter einer vollen Deckung zu sein oder hinlegen ohne Deckung? Was meint ihr, was ist besser? Gehockt hinter Deckung. Okay. Die haben Grenadiere. Ja, ja, wir müssen uns die mal angucken, alles klar. Also, was haben die? Grenadier. Das heißt, er kann wahrscheinlich auch Granaten werfen, verstehe. Das ist ein Schütze. Na gut. Ähm, man könnte MD wegnehmen. Das ist auch eine Idee, ja. Dann ist natürlich die Frage, wo geht MD hin? Und der muss, sollte ja auch irgendwas machen. Versteht ihr? Es ist ja doof, wenn der nichts tut. Hallo. Ah, ich bin unsicher. MD present. Eiffel spielt ein Spiel, wo ich hide, bis es Zeit ist, jemanden zu schießen. Man könnte aber auch erstmal Stone hier wegnehmen. Wir könnten ein bisschen auf Zeit spielen. Naja, die Sniper sollten... Versuchen wir vielleicht das erstmal... Oh ja, zwei Granatentypen, ja. Der hat... Die sind sogar... Ja, die sind sogar im Blick. Sollten wir auf jeden Fall probieren. Kopfschuss. Das wäre jetzt wichtig. Jawoll. Nummer eins tot. So, Bunz hat allerdings keine Sicht auf die. Da haben wir eine halbe Deckung. Oder... Cardina kann aber auch nicht weg. Wir könnten in die halbe Deckung gehen. Fünf AP und sonst Damm hinlegen. Ja, ich denke, das ist mir wert, ehrlich gesagt, wenn wir den Granatenwerfer da ausschalten. Bunz müsste das hinkriegen. Wieder die Frage... Ist es... Ich glaube, es ist immer besser, in die normale Bewegung zu gehen. Soll wir nicht darauf geachtet? Wir haben noch 13. Ja, das ist tatsächlich besser. Okay. Kopfschuss. Drei Bewegungspunkte dann noch. Jawoll, okay. Das ist die Präzision und Effizienz, die ich für kennengelernt bin. Gut. Also, die Granatenfuzzis sind erledigt. Auch jetzt wieder die Frage, wir haben eine halbe Deckung. Ist Hocken hinter halber Deckung besser oder ist Hinlegen besser? Deckung ist Directional. Ich habe bei liegenden Söldnern viel Blei in die Beine bekommen. Okay, aber sie sind auf dem Balkon nicht. Okay. Mit Deckung hinlegen? Ne, das ist... Wenn du liegst, hast du keine Deckung. Das ist der Gag am Liegen. Aber ich denke, ja, ist besser. Ja, schaut mal, weil dann auch keine Sichtlinie ist. Ich glaube, die Balkon-Situation ist nochmal eine besondere. Weil die die dann gar nicht sehen. Okay. Sag mal. Guck mal, wir haben noch eine Stabgranate. Kannst du die vielleicht irgendwie aus dem Fenster werfen? Ja. Wie viel AP kostet das Ihnen? Sechs. So. Stone macht das. Das ist doch jetzt schon alles sehr überschaubar geworden. Würde ich sagen. Ähm. Ich denke, das übertreiben wir jetzt mal nicht. Obwohl, wir haben so viele von diesen Granaten, ne? Fast tot, fast tot. Kommt. Wir lassen ihn jetzt auch hier draußen. Das ist doch jetzt irgendwie beschaubar. Äh. Geh mal in die Hocke. Das wird schon. Unsere Rekruten sind auch noch da. Und MD auch noch. Ich denke, ich kann, you know, ihn holen. Der ist verletzt. Was haben wir hier noch? Äh. Verletzt. Und der da hinten ist zu weit weg. Der ist schwer verletzt. Okay. Dann haben wir den ersten. So, MD. Die. Ich denke. Salvenfeuer auf dem Oberkörper, bitte. Ja. Und noch mal. Na. Ja, doch. Noch mal. Sehr gut. Treffsicherheit sogar erhalten. Nächster Kill. Jetzt haben wir noch Blatt. Ich würde mal sagen, drei sind ein bisschen viel für ihn. Aber auch nicht unmöglich. Ihr kennt Blatt. Warte mal. Es ist ein bisschen wahnsinnige Aktion. Ja, er könnte natürlich auch noch eine Stabgranate werfen. Kommt, Leute. Das machen wir. Es ist ein bisschen Overkill, oder? Fliegende Dolche. Dahin. Warte. Wie viele Gegner waren das? Keine Ahnung. 14 oder sowas? Haben wir eben gerade eine Runde benötigt, um nur noch einen Gegner zu haben? Das würde ich sagen, ist eine anständige Bilanz. 14. Okay. Geh mal hier hin und geh in Deckung. Das war's. Ja, Moment. Es sieht so aus, als ob wir den Schwierigkeitsgrad hochschalten müssen. Also, wir spielen auf Mittel, oder wie er es heißt. Geh in die Position. Das ist Granti. So. Sehr hoch. Blood here. Ich würde gerne mit Blood hier einen Nahkampfangriff machen. Ja. 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 Na ja. 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 Ihr habt gesagt, immer auf dem Hals? Kein Problem. Ich werde jetzt mal die Machete im Einsatz sehen. Was? Sanktionen uns gegenüber? Kubrick Warrior, wir haben Wundeneffekte aktiviert. Der Gouverneur der Regulierung ist verabschiedet. Okay, ich kann sehen, warum ich eine Leicenz für Ohnenergan brauchen. Aber eine Mechete-Leicenz ist einfach verrückt. Hast du noch Zugang zu Zugang? Nein, er hat sie letzte Woche verabschiedet. Nicht, dass die Lesion und die anderen Mörderer seine Regulierung stoppen lassen. Wenn? Ich freue mich auf meine gesamte Leicenz. Ich habe leider jetzt nicht hingehört, entschuldigt, ich habe auf den Chat geachtet. Gut, wir werden uns jetzt erstmal alles in Ruhe anschauen, mit den Leuten quatschen, das Übliche. Erstmal sicher mit Emma. Das ist ja hier die wichtigste Person, bevor wir mit dem Gouverneur reden. Hat nicht Emma hier... Ach nee, sie ist auch nur die Präsidententochter, ne? Sie ist eigentlich kein legitimiertes Mitglied der Regierung. Und ich bin froh, dass mit der Information, die ich gefunden habe, Ich bin froh, meine Freunde. Kann ich Sie so sagen? Ich bin froh, dass ich zu informisch sein bin. Aber ich bin froh, dass Sie wiedersehen. Ich bin froh, dass Sie wiedersehen. Ich bin froh, dass Sie diese Zeit, Sie waren, nicht Korazon. Sie sind die Bodyguards, die mich zu retten. Sie haben helft unseren Herzen. Das ist etwas, was ich wundere Sie. Und ich bin froh, dass mit der Information, die ich gefunden habe, Sie werden können, Sie auch zu retten. Ich bin froh, dass mein Vater auch. Okay, neue Informationen? Na, fragen wir erst mal danach. Irgendwas uns betreffend. Es gab ein anderes Grupp von Mercenari, die in der Region kurz vorhin, bevor Sie gekommen sind. Ich glaube, sie nannten ihre Organisation MIRC. Sie wurden von Korazon-Santiago mit ungefähr der gleichen Mission, die sie dir gegeben hat. Um den Kontrollen der Diamantmines zu retten. Von dem, was ich gehört habe, wurden sie zuletzt in den Karneval-Selibrationen in Pantagruel gesehen. Okay. Von denen haben wir ja schon was gehört. Sie findet Korazon, diese Diamantenfirma, auch nicht irgendwie so toll, habe ich das Gefühl. Da steckt auch noch mehr hinter. Wir werden sehen. Habe ich jetzt gerade doppelt angeklickt? Entschuldigt. Der Major. Der Major ist noch ein mystery. Es scheint, dass jeder hat ihn gehört. Aber niemand hat eine Idee, wer er ist, oder was er hat er versucht, mit dem Kiepfen von meinem Vater. Er kam aus dem Wasser nur kurz vorhin, und hat die Patriotische Legion entwickelt. Von den wenigen Details, ich habe über ihn gehört. Es scheint nicht so, wie er ein native von Grand Chien. Before er Kiepfen von meinem Vater, er hat die Diamantmines von Adonis. Aber er scheint nicht zu interessieren, über das Geld. Er lässt seinen Kriegerlern es spenden und es tun, wie sie es lieben. Mein Blut ist bereits kalt, nur über diesen Mann zu denken. Ich weiß gar nicht, wo er gefunden wird. Einige sagen, die Highlands. Andere, die kommen zu Krokodil in den Swampen. Die Info haben wir schon bekommen, ja. So, was ist mit Korazon Santiago? Ach ja, seine Sie. Richtig. So, jetzt die Frage nach dem Kulturerbe hier. Das ganze Gebäude, die die Barbarerinnen der Legionen ist eine wichtige Rolle von Grand Chien. Das ist, woher die Independence von unserem Land wurde von General Lezimé Chien himself proclaimed. General Lezimé. General Lezimé. General Lezimé. General Lezimé. Herr Lezimé. muss er noch ein accent drauf? Back before the Legions kidnapped my father, I was trying to convince Gouverneur Le Penguin to turn it into a museum of the Ajani. Gouverneur Le Penguin. Der Pinguin. Können wir ihm trauen? Den Pinguin. Er ist eine gute und honeste Person. Oder zumindest sein Herz ist in der richtige Ort. Ich weiß, dass ich ihn beteiligen kann. Nach allem, er unterstützt meinen Vater und er hat mich zu holen, um dich zu holen. So, Museum. Blatt, richtig politisch hier? Oh. Oh. Interessant. Wie viel können sie für die Schätze zahlen? Gleich mal direkt die Geldfrage klären. Oh. Ich kann nicht genau für sie bezahlen. Seitdem das Museum nicht technisch existiert, kann ich nicht eine Söldner-Gruppe bekommen. Wir leben nicht vom Wohlwollen. Moment. Ach, sie ist auch Minister? Okay. Also doch Teil der legitimen Regierung. Aber doch schon ein bisschen fragwürdig, oder? Präsident und Tochter ist Ministerin. Hm. Eine lupenreine Demokratie ist das hier aber auch nicht. Ah. Okay. Das ist ja wie Geld. Ja, danke. Machen wir. Okay. Gut. Dann... Beginnen wir mal mit dem Absuchen. Ihr kennt das Spielchen. Schaut mal. So verdient man auch Geld. Ah, warte mal. Wir müssen ja noch mit Gouverneur Lepenguang sprechen. So, wir gehen gleich mal hoch. Wie gesagt, wir lassen uns hier schön Zeit. Mit allem. Warte mal. Das haben wir hier oben. Alles ganz schön auseinander genommen. Sure. Wir kommen da. Ah, nee. Nicht mit Blatt. Warte mal. Warum macht das nicht mehr automatisch mit dem Besten? Noch mal 750? Sag mal. Ah, ja. Leichte Tarnrüstung. Okay, sehr gut. Hm? Ich wollte auch noch mal checken, was Barry... für eine Rüstung hat. Das war auch noch mal wichtig. Infos von den Docks brauchen wir nicht mehr. Was ist passiert, Mann? Er hat mich nicht darauf hingewiesen, dass ich die Waffen wechseln solle. Er hatte gar nicht mit der Machete angerufen. Ja. Guter Hinweis. Geht es eigentlich hier noch höher? Ne, da ist nur das Dach. Gut. Dann erst mal raus. Los geht's. Es ist egal, mit wem man hackt, da kein Skill genutzt wird. Ist das so? Kalina hier. Stand das nicht bei der Skill-Beschreibung von der Technik? Wichtig für Schlösserknacken den Umgang mit Maschinen und das Hacken von Elektrogeräten. Aber wir können doch mal gucken, ob der Gouverneur noch mehr sagt. Okay. Können wir ausprobieren. Also im Chat wird geschrieben, ähm, dass die Höhe des Geldes, die man bekommt, vom Skill abhängt. So, sagt er noch was Neues? Anders? Ja. Okay. Seine Frau? Warte mal. Ach ja. Mrs. Oh ja. Alles klar. Guter Hinweis. Okay. Since they kidnapped President Alphonse, a close friend of ours, you know. It has become my husband's burden and responsibility to ensure peace and prosperity in this part of the country. Okay, Alphonse heißt der Präsident. My husband is a great man who is working day and night for his country. Yet he is surrounded by incompetent fools and simpletons. What the Legion is doing is certainly wrong. But I hope the sanctions my husband is considering are not too heavy. Otherwise they might get angry. Okay, es scheint sich echt zu lohnen, ganz oft mit dem zu sprechen, weil es ist schon interessant. Hast du noch was zu sagen? You should stop all this fighting. When a legend realizes that nobody else is armed, they will lay down their weapons. That's just human nature. Na, weiß ich nicht so genau. Aber krass, sie hat ja immer noch neue Zeilen hier. We just had the house renovated and those insufferable bandits damaged it. When I see President Alphonse, I will tell him all about this vandalism. Don't you think I won't? Die hört ja gar nicht auf zu reden. Meyers Band is a great man who is working day and night for his country. Okay, das kämme schon. He is surrounded by incompetent fools and simpletons. Tak. Let's see what kind of snacks we got here. Hm, ne Farmers. Ich nehm erstmal alles mit, bis wir nix mehr nehmen können. We are on our way. Yes. Jaja, wir reden auch noch mit den Dorfbewohnern. Ich hab's... You got it. Ich hab's mitbekommen. Machen wir das so. Ah, warte mal, die ganzen Messer. Die werden wir gleich mal verschrotten. Ach ne, das sind ja die Stecken, oder? Ah, verdammt. Die können wir ja stecken. Alles gut. Wobei, so wichtig sind die auch nicht. Wir schauen uns erstmal jetzt hier den Generali Simé an. I am embarrassed to even look at this. A dog bowl. I can only imagine the sculptor took their own life after completing this monstrosity. Okay. Das war Banz, oder? Generali Simen, bla bla bla. Ein Geschenk der dem granschen Volk. So will Korea an die Bevölkerung von Grand Shen. Was? Mögen eure Schalen immer voll sein und eure Wächter immer wachsam. Okay. People say that the inscription on the statue of Generali Sim Shen is an ancient Korean blessing. It grants our country peace and prosperity, as long as the Generali Sim's dog bowl stays full. Okay. Komische Geschichte. I hope the legion robs that whistle frederickly fury and takes everything from him just as he cheats and robs us. I was almost sold as a slate to the good place because of him. Sure. People say that the inscription on the statue of Generali Sim Shen is an ancient Korean blessing. Sorry about these legion thugs. But when your country is named big dog, you expect to find some big fleas. Nespa? Oh, wie clever. Wie clever, ja. I heard that you guys have been inspecting the old diamond mine at night. This guy does work as. That's a very clever move. Haben wir das gemacht? Haben wir die in Arbeiterkleidung inspiziert? Haben wir doch gar nicht gemacht. Ist doch Quatsch. Aber Legenden bilden sich halt. Oh, da haben wir den Typen, von dem eben gesprochen wurde. Frederick. We have agreement. The legion. They rubbed my shop. They have taken everything. Even the silver. They weren't supposed to do that. Oh, cause they do that to me. I even named my shop La Legion. So that they would not rub it. I get the feeling, the legion doesn't really like to pay for things. Okay. If someone named their shop after me, I would never rub it. I swear. That's not a shop. 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 Ah, probably a shop somewhere else. Okay. Komplett ausgeraubt, that thing or what? Understood. Entend? The door is locked. Ah, ich meinte, sollen wir jetzt die Bank ausrauben? Kommt mir auch ein bisschen komisch vor. I love a good walk. Mach das mal. Wo läufst du jetzt hin? It is locked. But I can make it be not locked. If you are understanding my meaning. Ja, schön. Barry, mit der Brechstange. I wonder what secrets this is hiding. Okay. Geht auch so. Ja, es kommt mir jetzt ein bisschen komisch vor, ne? Oh no. First the legion rubbed me and now you. Please don't take that money. It's all that they have left. Oh, scheiße. Es ist tatsächlich ein bisschen komisch. Ja? Ich wollte eigentlich ihm nichts klauen. Oh, because they do that to me. I even named my shop La Legion. So that they would not rub it. Warte mal. Da stand eben kurz was. Das sind nur wertlose GC-Franken, stand da. Hm. Ja, warte mal. Wir machen das jetzt mal aus Worldpack-Gründen nicht weiter. Waiting for orders. Lassen wir mal. Wir gehen. Das ist ein Bücherladen hier. Okay. Ich geh jetzt gerade ein bisschen unsystematisch hier durch, aber es ist interessant. Lass mal kurz überlegen. Also wir sind jetzt hier. Gehen wir mal da rüber. Okay, da ist eine Falle. Ah. Malina hier. Aber das ist keine Sprengfalle, ne? Das ist eine Technikfalle. Mal sehen. Mal sehen. Verlangen. Okay. Wahrscheinlich nicht. Bist du ever jerk auf, sweepst? da ist auch noch eine falle stimmt das könnte uns noch erfahrungspunkte geben außerdem wollen wir den leuten doch helfen hier ich habe nicht geknackt so sehr schön da hinten war das hier ist ein zahnarzt gehen wir mal die drunter sprechen wir noch mal mit ein paar dorfbewohnern gleich ein paar taktische analysen des kampfes okay der typ ist nicht so erst rein vielleicht rauben wir ihn doch aus so hier alles kaputt ist das auch ein komischer laden da waren wir nicht drin ja das gucken wir uns auch mal an aber das kann man glaube ich einfach aufmachen jawohl okay ist das vielleicht sein laden ich finde nicht das schild hier legion kannst nicht sehen ist die der fischer steht hier oben sprechen wir erstmal mit dem grüßchen die hau man es naja wir haben auch diese komischen diese lust das lokale geld ne das könnten wir auch mal nutzen was für geld fragen wir mit md papier geld was meint er damit wofür wir haben aber auch ohne ausrauben der bank diese komischen franz schon die granschen franz okay das ist hier so ein bisschen der konflikt wir sagen erst mal wir wollen nur reden okay warte mal warte mal warte mal haben wir ja haben wir liebliche franz gut jetzt sind wir zurück oh cool jetzt können wir die jetzt können wir die verwenden jetzt können wir die verwenden pick your junk and give asadi one bag of money then you take your junk ich verstehe das prinzip hier noch nicht ganz wer bist du lehre uns das fischen lehre uns das fischen ja ja ich verstehe okay warum nur lokale währung isadi has no need of other monies but grand chien paper monies isadi has all the junk but not enough monies monies have good you your monies are weak because they come in small number but grand chien monies are strong isadi get whole bag of money for junk wozu brauchst du das geld grand chien monies make best wallpaper what tapete even against water or mold people make money and give asadi more good junk make asadi rich man hä warte mal er will mit dem papier geld seine zimmer tapezieren wo finden wir das geld das willst ist mir schon klar dass das nichts wert ist ich habe den gag schon verstanden frederick le foray has money here in city the major has money in his camp okay alles klar verstehe also hier können wir auch das geld bekommen was hat er denn erstmal gucken ob sich das lohnt was verkauft er denn eigentlich ist esadi has junk if you have money okay wahrscheinlich teile oder sowas zum basteln pick your junk and give asadi one bag of money then you take your junk tschüss good bye so lass mal kurz gucken wir haben ja schon irgendwie davon wir haben sieben säcke voller gc franken so was kann man jetzt hier kaufen geld sagt gegen feld ressourcen tauschen mit kalina feld ressourcen geld sagt gegen spezialteile tauschen wir probieren das mal aus was man dafür bekommt gut 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 für gute geld ja okay ein chip haben wir bekommen für die herstellung fortschrittlicher waffenteile klingt irgendwie relevant ja aber das war es dann offenbar jetzt wahrscheinlich muss man dann regelmäßig wiederkommen dann probieren wir das auch mit den feld ressourcen esadi has junk if you have money trängas granate fallen gelassen achso wir haben jetzt kein inventar slot mehr frei jetzt wird es kritisch ähm die liegt wahrscheinlich jetzt hier im sektor inventar ne wie auch immer ich da hinkomme ah das ist alles so ein mühlkram wir müssen echt mal irgendwie bisschen aussortieren können wir hier noch was zusammen schieben kommt ich werde eine weste werde ich verschrotten mollis die messer können wir noch zusammenschieben ähm über das inventar sektor äh inventar wahrscheinlich über die strategische karte meint ihr ne seht ihr noch was was wir zusammen schieben können ich nicht im moment na wir laufen noch ein bisschen rüber m good job hiring aim kid it's been a while since i've had this much fun reading after action reports measure where is my father what have you done to him relax kid the old fart is alive and well just as pompous and boring as ever please let him go what and waste all that money you spend on hiring these mercs not a chance i'm looking forward to meeting them ja okay also wir kommen hier in den sektorinvertar das ist mir klar ähm aber wir können erstmal alles durchsuchen das wird ja dann automatisch glaube ich hingelegt und dann können wir später noch sortieren so ich würde sagen diese gc säcke die glauben jetzt erstmal noch nicht weil wir haben jetzt erstmal alles ausverkauft finde ich jetzt noch nicht so entscheidend wir gucken hier noch ein bisschen weiter rum was hast du gefunden irgendwas hat sie gesehen aber ich sehe es nicht wir gehen nochmal hier rein das ist die kneipe oder we move with certain an computer kabinett krass hier haben wir hackbares and tausend und jetzt haben wir richtig eine stange geld verdienen muss man schon mal sagen das war lukrativ understood Der Gouverneur in Sektor Stadt kann davon überzeugt werden, finanzielle Mittel für Emmas Museum bereitzustellen. Das sind wir nicht jetzt hier gerade in L8. Das heißt, wir können mit dem Gouverneur noch mal reden. So, hier ist irgendwie eine Mopedreparatur. Haben wir hier noch was Spannendes? Laden mit Kram. Und jetzt sind wir da wieder beim Museum. Wir laufen noch mal hinten rum lang. Aber das scheint nichts Besonderes zu sein. Naja, hier kommen die letzten Nachrichten. Okay. So, wir gucken noch mal die Geschichte jetzt mit der Quest hier, mit dem Gouverneur. Mal schauen, ob wir ihn irgendwie überzeugen können. Okay, so geht das nicht. Wir gehen mal in die Notizen rein. Also, Emma benötigt archäologische Schätze, die in einem zukünftigen Museum ausgestellt werden sollen. Der Gouverneur kann davon überzeugt werden, finanzielle Mittel... Wahrscheinlich muss man erstmal mit archäologischen Schätzen auftauchen, bevor das passiert. Neu ist hier auch noch Old Diamond Mine. Bei der Old Diamond Mine sind bewaffnete Männer, die vorgeben, zur Nachtschicht der Bergleute zu gehören. Okay, das ist neu. Aber warte mal. Ja, K10. Ist das eine andere Mine? Old Diamond? Mine. Warte mal kurz. Was war das jetzt? Old Diamond Mine? K10. Nee. Okay, das heißt, da müssen wir hin. Das ist neue Information. In Good Place L6 werden unschuldige Leute eingesperrt. Irgendwo kann man sich, glaube ich, auch die Notizen irgendwie anzeigen. Okay, das ist das. Ja, alles klar. Das ist die Museumsquest. Das sind die bewaffneten Männer. Verstehe, verstehe. Noch was Neues? Merc. Merc wurde zuletzt bei den Feierlichkeiten zum Karneval im Sektor Innenstadt von Pantagorel D8 gesehen. D8 ist da oben. Okay, da sind wir noch relativ weit von ab. Gut. Wir checken jetzt noch mal kurz die E-Mails. Port Kakao gerettet. Ja, das war vom letzten Mal. Lesen wir trotzdem mal kurz. Hallo, alle miteinander. Hier kommt eure nächste Dosis Wahrheit mit den Nachrichten von Carrie. Port Kakao gerettet. Eine erstaunliche Wendung der Ereignisse. Port Kakao konnte den Angriff der Légion während der Operation N-Night standhalten. Offenbar rettete eine bunten zusammengewürfelte Gruppe von Verteidigern die Stadt, während die örtlichen Verteidigungskräfte zu sehr damit beschäftigt waren, Gouverneur Le Pinguin und seine Familie zu schützen. Hast du was anderes erwartet, Schätzchen, kommentierte die örtliche Stütze der Gemeinschaft Omakohani. Ich glaube, die hat da auch überlebt, ne? Diese überwältigende und unerwartete Sieg gibt mir Hoffnung, dass unser Land noch auf dem richtigen Weg ist. Erklärung von Gouverneur Le Pinguin. Meine lieben Mitbürger, ich muss Ihnen mitteilen, dass die Stadt Port Kakao von der Légion brutal angegriffen wurde. Ich kann Ihnen versichern, dass ich und meine Frau dank unserer tapferen Streitkräfte im Moment in Sicherheit sind. Ich habe schärfste Sanktionen verhängt und die Légion führt diese unerhörte Unhöflichkeit gegenüber unserer Stadt und mir persönlich verurteilt. Niemand konnte diese Wendung der Ereignisse vorhersehen, aber wir waren darauf vorbereitet. Dank meiner Führungsqualität konnte die Bedrohung abgewehrt werden. Ich bin zuversichtlich, dass die Légion angesichts der Sanktionen ihren Fehler einsehen und sich für den Angriff entschuldigen wird. In Erinnerung an Madame Le Coq. In der Reihe unserer Geschichten über Frauen, die Grandjean geprägt haben, werden wir uns heute mit Madame Le Coq beschäftigen. Als überzeugte Verfechterin der Gleichberechtigung und manchmal auch Überlegenheit der Frauen, setzten sie sich auf unorthodexe, aber wirksame Weise für die Rechte der Frauen ein. Das war doch die, war das nicht die, von der wir die Broten, die Perücke, um die zu imitieren? Ich glaube ja, ne? Madame Le Coq oder Bethany, wie ihr Vorname lautete, war ein armes Mädchen aus einem Dorf in der Nähe von Pantagouel. Ihr Vater war eines der ersten Mitglieder der Marquis-Bewegung. Über ihre Mutter ist wenig bekannt, aber man nimmt an, dass sie eine Prostituierte war, die bei Bethanys Geburt verstarb. Bethany war außergewöhnlich klug, schön und nach Meinung ihrer Klassenkameraden auch eitel. Ihre Lehrer beschrieben sie als frühreif. Bethany fühlte sich an einer Schule, an der nur Jungen über die achte Klasse hinaus unterrichtet wurden, unterdrückt. Diese Vorgehensweise der Schule wurde von der Schulleitung aufgegeben. Offenbar dank einer Kombination aus Schikane und Erpressung durch die Teenagerin Bethany und ihre Freunde. Nach der Schule befand sich Bethany in der einzigartigen Situation, die einzige Frau in Pantagouel zu sein, die mathematische Gleichung beherrschte. Sie gründete eine Buchhaltungsfirma, um den örtlichen Prostituierten zu helfen, die das Gefühl hatten, von ihren Kunden und Zuhältern übers Ohr gehauen zu werden. Zu diesem Zeitpunkt nahm Bethany den Spitznamen Madame Lecoq an, da sich viele der Mädchen sicherer fühlten, für sie anstelle für einen Mann zu arbeiten. Madame Lecoqs Reichtum wuchs schnell an und sie startete einige lokale Entwicklungsprojekte, darunter das heutige Gebäude des Le Lue Rouge und ein Treuhandfonds für den Bau einer Klinik in der Stadt Pantagouel. Leider wurde das Projekt aufgrund von bürokratischen Hürden durch den damaligen Bürgermeister Le Pinguang verzögert und die Voucher of Hope Klinik wurde niemals eröffnet. Madame Lecoq war eine wichtige politische Akteurin in Grand Chien, obwohl sie nie einer politischen Partei oder Bewegung angehörte. Ihr Einfluss war subtil, aber effektiv. Zahlreiche Gesetze zu Frauenrechten wurden erlassen, kurz nachdem man sie Büros oder Wohnungen eines Politikers verlassen hatte sehen. Ihre größte Errungenschaft ist wahrscheinlich die Organisation eines Waffenschildstands während des Bürgerkriegs, der schließlich zur Beendigung des Krieges führte. Leider hat Madame Lecoq das Ende des Krieges nicht mehr miterlebt. Ihr Gesundheitszustand verschlechterte sich und sie war nicht in der Lage, eine angemessene medizinische Versorgung zu erhalten, da es in Pantagouel an medizinischen Einrichtungen mangelte. Bis zuletzt organisierte sie große Partys, die ihrem verschwenderischen Lebensstil entsprachen. Ihre Stuhlsammlung, ihr Etablissement und ihre politischen Vorhaben werden für immer ein Teil ihres Vermächtnisses bleiben. Okay. Gut, klassische Newsletter. So, Leute. Ihr habt sicher noch... Habe ich noch irgendwas übersehen? Habe ich noch was übersehen? Ansonsten bin ich jetzt geneigt... Ah ja, hier hinten habe ich noch was übersehen. Freddy rausnehmen? Wer ist Freddy? Noch ein Chip? Sehr gut. Okay, dann haben wir alles. We have agreement. Äh, achso, ausnehmen. Ja, habe ich doch gesagt. Wir werden uns da jetzt erstmal nicht einmischen. Kann man nochmal mit ihm reden? Also jetzt diese Grand Chien Franken zu klauen, wo wir selber noch genug Säcke davon haben, finde ich jetzt unnötig. Ähm, okay. Gut. Dann heißt es jetzt, wir müssen überlegen, was wir als nächstes unternehmen. Wie weit ist der Diamant? Okay, das dauert sehr lange, wie es aussieht. Also grundsätzlich gibt es hier zwei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit ist, wir gehen erstmal wieder zurück zur Mine und klären, was da los ist. Aber ich vermute, das bezog sich ja irgendwie auf die Nachtschicht, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, da sollten wir nachts auftauchen. Wenn wir jetzt da hinlaufen, sind wir 13.30 Uhr da, das ist zu früh. Wir müssen auch nochmal unser Inventar managen und da stellt sich dann direkt die Frage, wo wir unser Zeug jetzt mal liegen lassen. Das ist das, was wir vielleicht nicht brauchen. Hier gibt es ein Krankenhaus. Krankenhäuser ermöglichen dank der Operation Krankenhausbehandlung die schnelle Heilung von Wunden. Haben wir ja zum Glück nicht. Alternative wäre es jetzt erstmal hier in die Sektoren zu gehen. Und dann hier zurückzukehren. Ich glaube, das ist vielleicht keine schlechte Idee, oder? Also ich würde sagen, wir machen die beiden. Vielleicht haut das vom Timing hin, dass wir dann nachts hier auftauchen und die ausnehmen können. Und je nachdem, wie weit dann der Diamantentransport ist, kümmern wir uns dann erstmal um diese Typen hier, um das klar zu machen. Gut, vorher aber jetzt die Frage, was machen wir jetzt mit der Idee? Ich glaube, ich würde gerne eine Person haben, die so ein bisschen Logistikaufgaben übernimmt. Ich bleibe nochmal dabei. Und deswegen komme ich darauf zurück, wir haben jetzt wirklich gutes Geld, dass wir jemanden anheuern. Und am günstigsten ist Livewire mit der Technik. Ihr könntet dann auch irgendwie noch Munition, Sprengstoffe herstellen, also Kram. Md Miliz ausbilden lassen, den Arzt neu besetzen. Ja, wenn man diese Milizausbildung machen will, ich habe aber schon wiederholt, im Moment, das ist jetzt vielleicht euer Spielwissen, aber im Moment ist es für uns noch völlig irrelevant, dass wir jetzt einen benötigen würden, der Miliz ausrüstet. Wir haben jetzt hier, da eine Miliz, da eine Miliz, man könnte natürlich jetzt in jeder Stadt eine Miliz haben, ja, denkbar. Aber ich will erstmal einen Angriff sehen. Ich finde es halt, es ist jetzt auch rollenspielerisch eigentlich komplett übertrieben, jetzt hier, ohne zu wissen, wie das jetzt hier läuft, wie jetzt die Angriffe laufen, wie hart die sind, wie gut jetzt acht Milizen bestehen können, jetzt irgendwie so auf diese Miliz-Training zu gehen. Miliz kann verbessert werden. Okay, gut, das ist natürlich nur mein Argument. Wartet mal, wir gucken mal rein. Halt. So, LifeEye hat 24 Führungsqualitäten mit der Weisheit 94 und Technik 85. Er hat 9 mit der Weisheit 61. Man könnte ja auch sagen, ja, okay, sie kann das ja beides machen. Dauert zwar ein bisschen, wenn sie nicht repariert, lernt sie halt schnell die Sache mit der Führungsqualität und bildet aus. Wäre eine Möglichkeit. Na, okay. So, das wäre also die eine Option. Die andere Option wäre, MD zu ersetzen. Wir gucken kurz mal die Werte von MD an. MD hat eine Führungsqualität von 4. Nee, nee, komm. Das ist... Und hat eine ebenso große Weisheit. Pass auf, mir gefällt das so. Wir werden LifeEye anheuern. Jetzt, wo MD Blut geleckt hat. Wir werden das erst mal so machen. Mit den Milizen, das wird sie alles noch zeigen. Im Moment ist das für uns keine Prio. Sie wird jetzt so ein bisschen Logistik-Kram machen. So, wir driften ein bisschen aus dem Topic, was manchmal zu mir passiert. Nur manchmal, aber. Wie gerade jetzt, zum Beispiel. Jetzt bin ich am überlegen. Ich meine, man könnte erst mal gucken, wie sie sich macht. Aber nö. Wir machen gleich das volle Programm. Oh, Fantabulous. Wann starten wir? Wo gehen wir? Will es Kandee da sein? Oder soll ich meine eigene bringen? Ich persönlich finde es sie leicht nervig. Muss ich jetzt schon mal sagen. Aber gut. Wir haben uns doch gar nicht ihren Kram angeguckt. Nützlich, um aufs Internet zuzugreifen und Militärcomputer zu hacken. Gewährt beim Hacken zusätzliche Infos. Ist mit niedlichen Stickern beklebt. Okay, das ist das, was ihr meint, was stark ist. Aber, ja. So. Hoher Bonus bei Prüfungen. Entschärfen und Fallen. Hacken. Geräten. Knacken. Okay. Optimist. Der erste Waffenwechsel ist gratis. Und Insider-Informationen enttart alle Feinde, sofern nur Infos über den Sektor hast. Ja, ich weiß, das ist stark. Aber, Leute. Wir lassen mal Kalina im Team. Sie ist jetzt für diese andere Logistik da. So. Wo soll sie hin? Zu den Docks. Fleckle, Dorf, äh. Nee, zu den Docks. In 36 Stunden. Okay. Das wäre das. Dann wäre es natürlich eigentlich vor allem sinnvoll. Aber wir lassen jetzt den Kram hier, würde ich sagen. Wir gehen jetzt nochmal ins Inventar. Machen Inventar-Management. Wie kann ich jetzt hier Dinge ins Sektor-Inventar verschieben? Gar nicht, ne? Da muss ich auf M gehen und dann ins Inventar wahrscheinlich. Okay, so geht das. Alles klar. Gut. So, wir checken jetzt noch kurz nochmal. Also, was ich checken wollte, Barry. Barry hat eine leichte Rüstung. Das ist gut. Das soll auch so sein. Wir haben nochmal eine leichte Tarnrüstung bekommen. Die ist genauso gut wie die leichte Rüstung, glaube ich. Aber hat halt Tarnung, was natürlich cooler ist. Die sollten wir auf jeden Fall behalten. Ich würde sagen, was haben wir hier noch? Das sind die Tränen-Gasgranaten. Fügt geblendet zu. Fernkampfangriffe, die durch Gas hindurch ausgeführt werden, werden zu Streifschüssen. Kein Schaden. Wir machen, reparieren, was weiß ich. Also, sie ist mir einfach nicht so sympathisch wie Kalina fertig. Also kommt sie nicht ins Team. Das sind Boss-Entscheidungen. Hier geht es nicht immer um die Qualität. Es geht auch darum, ob sie dem Boss gefällt. So. Das nun mal gesagt. Also, wir werden jetzt alles, was hier doppelt und dreifach ist und wir nicht benötigen, rausschmeißen. Rausschmeißen. Das kommt jetzt erstmal raus. Diese 59er, das müsste dann später mal repariert werden. Muss jetzt nicht sein. Wir brauchen nicht 1000 Brechstamm. Brechstamm. Das reicht jetzt auch. So. Wir können die vielleicht entladen, die wir hier rausschmeißen. Brauchen wir zwei Schrotflinten. Ich meinte, man könnte natürlich jetzt sagen, von jeder Waffe irgendwie ein, von jedem Waffentyp ein Exemplar. Aber ist auch irgendwie ein bisschen übertrieben. Das können wir nochmal anschauen. Die Farmers. Ob die über... Also, wir haben ja hier schon eine Farmers, ne? Die ist auch modifiziert. Ich glaube, sogar besser modifiziert. Ob wir jemanden... Die Farmers... War die besser... Ne, war die besser als die Galil? Ich glaube nicht, ne? Die Galil war irgendwie das gute Ding. Insofern ist die jetzt keine Verbesserung. Außer als Zweitwaffe für Bands. Glaube ich. Besser als die AK. 3x8. 24 Reichweite. 6 AP. 5 AP. Ja. Machen wir es so. So, die ganzen Hosen. Haben alle gute Hosen. Das sind Flackhosen. Alle haben Flackhosen. Das heißt, wir lassen nur noch eine vielleicht drin. Das kann auch raus. Ja, wisst ihr was? Die können wir verschrotten. Der kann auch erstmal weg. So, mit den Stahlrohren können wir im Moment auch nichts anfangen. Die Rohrbomben, von denen bin ich auch nicht so richtig überzeugt. Aber die lassen wir nochmal drin. Und da sind wir dann auch schon da. Wir brauchen nicht zwei Pistolen hier haben. Maschinenpistole haben wir auch noch am Start. Weg damit. Okay, die Leuchtfackeln. Die GC-Franken lassen wir einfach auch hier. So, das sieht doch schon ein bisschen ordentlicher aus. Warum hat er ein Schlosserwerkzeug? Er ist doch kein Techniker. Lassen wir auch hier. Das reicht auch erstmal. Das wollen wir vielleicht reparieren. Gut. Jetzt könnte man sich noch überlegen, dass einer... Wovon hängt eigentlich die Zahl der Inventarplätze ab? Hängt das von der Kraft ab? 76? 78? Stone? Ja, es hängt von der Kraft ab, ja. Okay. Dann könnte man jetzt zum Beispiel sagen, MD... Barry ist der Mann, der die ganzen Waffen hat. Und MD ist der Mann, der die ganzen Ausrüstungsteile hat. Um das mal ein bisschen zu sortieren. Und... Blatt ist auch kräftig, ne? Ja, deswegen haben wir ihm das Ding gegeben. Na gut. Und wer trägt den ganzen Bastelkram? Ja, das muss Blatt tragen. Wobei jetzt die Frage ist, warum nehmen wir die Stahlröhre nicht mit, aber die Chips mit? Kann man sich jetzt auch drüber unterhalten? Gut. Lassen wir es mal so. Wir checken kurz nochmal die Plätze. Da kommt was rein, wenn er was bastelt. Hier haben wir eine Browning. Da hätten wir ja auch noch eine bessere, ne? Eine modifizierte oder so. Dann könnten wir im Notfall noch tauschen. Okay. Er hat noch vier Granaten. Hier kämen... Da gäbe es noch eine Möglichkeit. Aber wir wollten, glaube ich, ihm nichts geben, weil er nichts werfen kann. Sprengung null. Aber so ein Molli, wenn er einen Molli wirft, kann es auch lustig werden. Tränengasgranaten könnten wir im Zweifel auch nochmal mitnehmen. So, Kalina könnte zum Beispiel die nehmen. Was da lassen für Lifefire? Äh, diese Bastelsachen. Ja, stimmt. Das könnte man, müsste sie dann holen, ne? Ja, weiß ich nicht genau. Okay. Habt ihr noch irgendwie sinnvolle Vorschläge für so ein Inventarsystem? Oder kann man damit jetzt erstmal leben und weiterziehen? Ich denke, wir werden jetzt hier nicht groß Zeit verdienen, um irgendwas zu reparieren. Äh, Waffen noch entladen. Das stimmt. Das ist ein guter Hinweis. Machen wir das mal. Medipack könnte man auch erstmal noch rausschmeißen. So viel benötigen wir im Moment nicht. Sind auch voll. Das stimmt auch. Haben auch noch ein bisschen Platz gewonnen. Guter Hinweis. Jo. Wobei, ich... Ja... Am Ende ist es wahrscheinlich sinnvoller, das erstmal rauszunehmen. Das ist nur so... Ersatz kann ja dann repariert werden. Chips und Rohre mitnehmen. Naja... Bin mir nicht ganz sicher, wann wir die gebrauchen können. Aber ja, stimmt. Wir können ja jederzeit selbst modifizieren. Ja, das ist wahrscheinlich sinnvoller, wenn wir die mitnehmen. Genau. Wenn wir neue Waffen finden oder so, mit denen wir was basteln wollen, ist es, glaube ich, besser. Okay. Gut. Ich würde sagen, ich speichere mal kurz irgendwie. Er macht zwar selber, glaube ich, immer Autosaves. Aber das war jetzt ein Punkt, wo es nervig ist, wenn man jetzt irgendwas verlieren würde. Wider Stream 4.1. Waffen nachladen? Sind die nicht automatisch nachgeladen nach dem Kampf? Ne, sind sie nicht. Hä? Ist ja ulkig. Warte mal. Ah, die sind nicht nachgeladen, weil wir da keine Munition mehr für haben. Kann das sein? Weil ich will ihm doch jetzt nicht Panzerbrechende geben. Was ist das für eine Munition? 5,56 Standard. Hier kenne ich das nochmal. Panzerbrechend? NATO? Ne. Tatsächlich, wir haben nur Panzerbrechend, ja. Naja, man kann herstellen. Aber das ist natürlich schon ein bisschen doof, wenn er jetzt mit 13 von 25 und Panzerbrechend verbessert. Ich meinte, ist ja auch nicht schlecht. Aber wir lassen das erstmal drin. Muss er dann währenddessen nachladen. Dann war der Plan, dass wir erstmal hierhin marschieren. Und dann sehen wir weiter. Wie lange brauchen wir? Eine Stunde. Drei Stunden und 50. Zwei Hohlaven. Ja, ich bin jetzt hier. Okay, alles klar. Neues Gebiet. Keine Feinde. Gucken wir uns an. Dschungelflussufer. So, wir checken jetzt mal so ein bisschen die Lage. Das ist einfach nur ein offenes Gebiet. Oben sind aber noch Container oder so. Und hier sind, da ist irgendwie so eine Art Lager. Hier so eine kleine Schluchtbrücke zerstört. Hier kommt man irgendwo hin. Gut. Alles klar, ich würde sagen, wir checken erstmal unten. Und dann oben. Ich rechne jetzt nicht unbedingt mit Minen. Auch nicht mit Feinden. Insofern laufen wir einfach mal so durch die Gegend. Let's go! Ich denke, ich sehe etwas da oben. Kann das sein. Natürlich. Okay, da kann man durchschneiden, aber das finde ich jetzt dämlich. Let's keep moving! Es durchzuschneiden wegen der EPs. Das machen wir nicht. Oh, hier hat es so einen kleinen Jeep erwischt. Yes. Gehen wir nochmal in den Mittelbereich. Zu diesem Tümpel, aber das ist nichts Besonderes. Gut. Dann gucken wir uns erstmal hier da oben rum. Da können wir, glaube ich, hochklettern. Schön, wie sie sich da alle hochziehen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schaffen würde. Aber das ist ja auch nicht mein Job hier. Was haben wir hier? 44 Match. Match-Munition ist ja immer gut. Kasten Bier. Nix mehr drum. Stone schafft das auch. Ja, dann müsste ich es eigentlich auch schaffen. Ja, ich finde auch, diese handgemachten Sektoren, es ist einfach toll. Gefällt mir auch super gut. Stone hat seine Bauchkletter-Technik. Ja, wahrscheinlich. So, was ist das hier oben? I have found a thing. Mhm, okay. We will do. Was Hackbares. Kalina. Tausend Tacken. Sehr schön. Container lassen sich nicht öffnen. Da hinten. Auch noch so ein Tümpel, wo wir nicht hinkommen. Ja, das scheint es gewesen zu sein. Keine weiteren Besonderheiten, so wie es aussieht. Also weiter. Ich check mal ganz kurz Uhrzeit. Wir sind jetzt 15.25 Uhr. Würden wir jetzt zurücklaufen, wären wir 21.15 Uhr da. Hier sieht man übrigens die Modifikation. Trupp-Geschwindigkeit plus 57%. Das kommt wahrscheinlich wegen der Führungsqualität. Diamanten sind noch weit entfernt. Ich denke, wir gehen hier rein. Dauert zwar nochmal dreieinhalb Stunden. Dann wird es ein bisschen knapp, zurückzukommen zur Nacht. Aber wir versuchen es trotzdem. Let's go! Was? 17 Feinde? Okay. Wow. Crazy. Naja. 10 Gefängniswachen. 7 Vollstrecker. Okay, wir sind... Ist es eine Nachtmission? Sind wir nachts? Nee, eigentlich nicht. Regen haben wir wieder. Wie, was, wo? Die sind da direkt vor uns. Das geht ja noch gar nicht. Vielleicht gibt es aber auch erstmal wieder einen Dialog. In Good Place werden unschuldige Leute. Wir haben keine Infos. Wir haben nur... Oh, das ist natürlich vom Scouting jetzt nicht gut, ne? Erwartet Einsatz. Okay, wir müssen uns erstmal alles ein bisschen genauer anschauen. Leute, Schwierigkeitsgrad, habe ich gesagt, machen wir am Ende des Abends. Werden wir das nochmal diskutieren. Und dann mache ich eine kleine Umfrage. Jetzt mache ich das nicht. 17 Wachen klingt auch erstmal schon recht herausfordernd. Okay, also hier kann man durch. Könnte man durch. Das wäre ein Weg reinzukommen. Hier in der Mitte scheint das Gefängnis zu sein. Hier hat man an der Seite ein bisschen Deckung, hier ein bisschen Deckung nicht optimal. Ich bin auch immer Freund vom guten Schussfeld. Hier wäre vermutlich ein Weg, weiß ich nicht genau, aber wir können mir vorstellen, dass das aufzuschneiden ist. Möglicherweise gibt es noch einen unterirdischen Bereich. Weiß man nicht. Aber hier ist die Deckung sehr schwierig. Man müsste schnell hier reinlaufen. Das Problem sind die Leute auf dem Turm, so ein bisschen. Schwierig. So, da kommt man glaube ich nicht rein. Weiß ich nicht. Könnte mal sein, dass man hier hochklären kann. Aber glaube ich eher nicht. So, hier kann man langlaufen. Wahrscheinlich käme man hier vielleicht noch rein, irgendwie durch den Zaun. Oder komplett von hinten. Warte mal, was ist das? Das ist vermutlich Questziel irgendwie. Okay. Wow. Ja, ist die Frage, ob man hier genug Deckung hat, um sich hier durchzuschleichen. So ein Einstieg von hinten würde mir auch ganz gut gefallen. Weil hier hat man, naja, hier hat man die Mauer. Auch nicht so doll mit der Deckung hier, ehrlich gesagt. Also wenn ich jetzt hier die gerade zukommen, wüsste ich nicht, wo man sich hier verbirgt. Schwierig. Okay, ist keine so einfache Situation, um ehrlich zu sein. Spontan würde ich sagen, am Ende gefällt mir der Ort doch irgendwie ein bisschen besser. Das Problem ist aber, dass man natürlich zwei Flanken hat, die man irgendwie im Blick haben muss. Von hier und von dort. Aber man kann das annehmen, naja, das ist ein Problem. Wenn man sich hier in Deckung begibt, können Leute von dort kommen. Das ist auch scheiße. Das ist wiederum der Vorteil von der Situation. Da hat man die Gegner nur vor sich. Oder dritte Alternative von hinten. Was sagt der Chat? Bitte nur Leute, die die Mission nicht kennen. Und keine raunenden Anmerkungen machen. Alles bad. Ja, ist alles irgendwie nicht so optimal. Angriff ist sowieso klar. So, Sir Frank ist für drei. Hinten. Da ist halt die Frage, ob man da ungesehen hinkommt. Ich meine, die Blechwand spricht so ein bisschen dafür. So, Sir Frank ist für Variante eins. Ja, die Zäune sind, glaube ich, alle zerschneidbar. Also hier ist offen. Ich denke, das ist zerschneidbar. Und ich denke, das ist auch zerschneidbar. Wobei ich gar nicht weiß, mit was zerschneidbar ist. Eigentlich mit dem Ding hier. Karlina muss das machen. Im Film würden sie sich aufteilen, von zwei Seiten kommen. Wahrscheinlich. Aber das ist, glaube ich, hier sehr unklug. Ja, ich denke, was mir an dieser Situation gefällt, wenn wir von hinten hereingehen, dass wir... Andererseits, das Questziel ist da. Boah, es ist echt schwierig. Hier hat man ein langes Schussfeld. Hier kann der Gegner nicht viel machen. Wenn der hier lang kommt, kann man sich hier an die Ecke stellen. Das ist eigentlich sehr gut zu kontrollieren. Das heißt, man würde wahrscheinlich irgendwie hier vorrücken. Boah, es ist aber auch eine Riesenkarte, Leute. Ist ja der Hammer. So. Hi, Nele Froschmädchen. Schön, dass du reinschaust. Freut mich sehr. Sei herzlich gegrüßt. Und wir sind hier in heißen Debatten, wie wir diese heikle Mission angehen. Wie läuft's? Wir haben... Im Moment spielen wir sehr souverän. Falls du Jacket Alliance meinst. Ansonsten gab's gestern anstrengende, aufreibende Schachpartien. Aber dazu schweige ich jetzt erstmal. Ich denke, wir gehen hier links rein. Versuchen wir den Weg. Wir versuchen uns hinten durchzuarbeiten. So. Einsatz. Pause. Schleichen. Ja, wir überlegen, den Schwierigkeitsgrad hochzustellen, weil wir im Moment sehr souverän hier agieren. Wenn man das mal in aller Bescheidenheit sagen darf. Aber wir warten nochmal den heutigen Abend ab. Wie cool, das ist in Game Regen. Ja, das ist ein bisschen beruhigend, weil das hilft uns auch, verdeckt zu bleiben. Im Moment sehen wir noch keinen. Das ist gut, weil dann werden wir auch nicht gesehen. You got it. Wir halten uns jetzt nah an der Wand hier. Jetzt beginnt so ein bisschen der kritische Teil, weil ab jetzt ist es hier einsehbar. Vielleicht sollte man mit Blood alleine vorgehen. Blood here. You got it. Weil das ist der, der am besten getarnt ist. Take it a walk. Okay, hier scheint erst mal niemand zu sein. No sweat. Okay. Ready to do stuff. Es kann natürlich auch sein, dass man erst mal hier irgendwie so einen friedlichen Talk hat mit den Wachen auf dem Turm. Das hatten wir ja auch schon. Aber ich weiß nicht, finde ich jetzt ein bisschen schwierig, das einzuschätzen. Ich glaube, dann kommt so eine Zwischensequenz. Ne, ausrutschen tut man hier, glaube ich, nicht. Das wäre jetzt, das wäre auch cool. Aber warte mal, es gab in Divinity Original Sin, glaube ich, konnte man ausrutschen. Zumindest bei Eis, bei Matsch weiß ich nicht genau. Kalina, du musst jetzt das Ganze hier durchschneiden. Okay, easy. Hier auch gleich mal. All right. So. What is up, man? Rein da erst mal. Copy that. Wir sehen noch keine Gegner. No problem. Kann man irgendwo sich Sicht verschaffen? Also, schwierig, ne? Am Ende, unser Ziel ist das hier, würde ich sagen. Oh, hier ist unter die Erde. Ach, du Scheiße. Das ist ja eine richtig große Anlage hier. Ist das hier das Gefängnis? Schaut mal, die haben ein Zebra. Okay. Ich glaube, das sind die Wachstuben. Das ist nicht das Gefängnis, ne? Wo sind die Gefangenen? Hier wahrscheinlich. Oh mein Gott, die Ärmsten. Nutzt den Schneider ab. Oh mein Gott. Oh Gott, da kommt jemand. Ja, gut, dass ich alle optimal positioniert habe, bevor es hier richtig zur Sache geht. Ähm, Michael hier. Ähm, wartet mal. Wir müssen das kurz mal, kurz mal vorbereiten. Mit Sicherheit. Bereit, um, ähm, zu tun. Geht mal kurz um die Ecke. Ich meinte, Kalina könnte halt einfach einen sauberen Auftaktschuss machen. Und die Sache ist schon geritzt, ne? So machen wir das doch eigentlich immer. Ja, es ist alles hier keine Deckung. Stone muss noch irgendwo hin. Geh mal da hinten hin. Gut, seid ihr? So, sind wir schon irgendwo in Sicht? Ich glaube, noch niemand ahnt, dass wir hier sind. Hm? So, Kalina. Hier haben wir einen guten Schuss. Wir könnten noch ein bisschen abwarten, ne? Kopf, Angriff, Pause beendet, nichts ahnt. Aber wir haben ja Schalldämpfer. Ja, das ist jetzt eigentlich unser Weg, ne? Wir warten noch mal kurz. Okay, der bleibt stehen. Nein, ich... Was ist denn das für eine Scheiße? Warum? Schon wieder? Was ist denn das für eine Interface? Wer sind diese Leute? Oder bin ich zu dumm dafür, oder was? Alter, Falter. What is up, man? So, das ist aber überhaupt kein Problem. Der ist schon schwer verletzt. So, easy. Entschuldige die kurze Aufregung, der Moment der Aufregung. Es wird so eine Mischung sein. So, okay. Wir müssen... Wir arbeiten uns jetzt... Wir arbeiten uns jetzt langsam voran. Alles easy. Sure. Ganz ruhig. Ready for a fight. Blood wird die Sache immer ein bisschen ausspionieren. Ich meine, es könnte natürlich auch von hinten wieder einer kommen, ne? Aber ich denke, wenn die Truppe da bleibt... Wir müssen ein bisschen jetzt auf die Deckung achten. What do you want? Dann stehen wir jetzt schon ganz gut. Oh, yes. So, Blood. They won't see me until it's too late. Langsam nach vorne. Wir machen hier voll die Infiltration. So, wir sind... Sneaking up on this God's Wards. Komplett verborgen. Was ist denn das alles? Was ist denn das für ein Schrotthaufen hier? Hier sind wahrscheinlich auch alles gefangen. Jetzt ist die Frage. Checken wir erst mal den äußeren Bereich? Wir prüfen erst mal hier. Oh. Okay. Wir haben zwei Vollstrecke da oben. Das ist natürlich ein bisschen heikel, weil wir, wenn wir einen ausschalten, es Alarm gibt. Insofern würde ich sagen, wir prüfen erst mal die äußeren Bereiche und versuchen, die einzeln laufenden Wachen zu töten, bevor wir da loslegen. Wir ziehen aber unseren anderen Leuten nach. Wird er hier schon gesehen? So, kurze Altersdiskussion im Chat. Ah, warte mal. Hier ist noch ein Einzelstehender. Okay, das ist... Das ist... Was für Buns oder Kalina? Die Frage ist, ob die da Sicht haben. Man kann auf diesen Turm nicht gehen, weil es ein Kran ist. Glaube ich zumindest. Da kann man nicht hoch. So, Buns hat keine Sicht auf den Typen. Wie kriegen wir Sicht auf den? Vielleicht hier hochlaufen? Entschuldigt. Stell dir mal vor, ich würde ein Horrorspiel spielen. Das würde lustig werden, aber werde ich niemals tun. Keine Hoffnung. Okay, Buns, sie zwei. Die Frage ist, wenn wir den oben killen, merkt er unten das? Sieht er das, ne? Das ist die große Frage. Das ist die große Frage. Wenn ja, geht es hier richtig zur Sache? Louis de Venet mit Tourette. Ja, so würde es ungefähr sein. Wir lassen die erstmal nachrücken. Wir müssen unsere Leute beisammen haben, bevor die Action losgeht. Da ist noch einer. Ne, da ist ein Gefangener. Kann man von hier, wo geht es denn eigentlich rein darunter? Das ist ja alles sehr mysteriös. Wo ist denn der Eingang? Hier. Okay, alles klar. Ja, ich würde mal sagen, ich versuche es. Wir versuchen jetzt... What next? Ah, die Wache geht da unten auch weiter rein. Ihhh. Aber auf jeden Fall ist der da oben der Wichtigere. Ah, das wird er wahrscheinlich sehen. Jetzt ist er da unten. Warten wir noch ein bisschen? Egal, nee, komm, wir warten nicht. Ich probiere es jetzt. So, ich will es jetzt mal richtig machen. Easy, sagt sie. Okay, dann glaube ich ihr auch. 7 AP, besser kann man nicht zielen. Wobei, ist es mit der anderen vielleicht noch besser, weil die zielen kann. Den Wächter mit Blatt im Nahkampf... Wie komme ich denn da hin? Ich komme ja nur von innen rein. Ich kann nicht mit Blatt im Nahkampf da hoch. Bege ich mich an, meine Form. Was? Was hat der denn? Blitzschnelle Reflexe. Der hat sich hingelegt. Der hat geahmt, dass Banz schießt. Was sind Sie da? Was ist das denn für ein Freak? Ach, du Scheiße. Okay, das ist sehr interessant. Aber wir haben ja auch nicht nur Banz. Wir haben ja zwei Frauen. Die hier den Laden schmeißen. So, wir sind aber immer noch im Rundmodus. Oder? Ja, sind wir. Okay. Wie machen wir das? Wir müssen jetzt erst mal abwarten, was von wo kommt. Von hier kann natürlich jetzt was kommen, weil die können ja nur hier raus. Und von da kann was kommen. So, die Mädels haben sich schon bewegt. Ich würde sagen, einfach in Deckung gehen. Blatt ist so eine Sache hier an der Ecke, aber wir machen das mal. Ist halt nur ein Nahkämpfer. Er braucht auf jeden Fall noch Feuerverstärkung. Ich glaube, wenn, dann ist Barry der Richtige. Okay, da kommen wir nicht so weit mit. Weil, wenn, dann wird hier ein bisschen näher gekämpft werden. Passt schon. Dann gehe nochmal in Deckung. Ich glaube, Stone geht hier hin. Und, ähm, die lassen wir mal hier. Und dann gucken wir mal, was passiert. So. Okay, die Frage ist, ob wir jetzt offensiv werden müssen oder ob der Gegner, der Gegner hat uns wahrscheinlich gar nicht gesehen, oder? Die wissen gar nicht, wo wir sind. Ich würde jetzt gerne ja wieder in den anderen Modus gehen, aber wir wissen, dass hier unten muss einer sein. Ne? Der muss sich irgendwo bewegen. Wir kommen aber hier nicht rauf, nur indem wir da hochlaufen, was ich doof finde. Bunce könnte mal aufstehen. Sie sieht aber niemanden. Hm. Also, solange wir nicht wissen, wo der ist, finde ich es schwierig, jetzt hier irgendwie großartige Bewegungen zu machen. Okay, die waren alle sichtbar, nur Blatt war verborgen. Okay, alles klar. Vor allem, weil hier keine Deckung ist. Das ist sehr, sehr schwierig. Ich meine, Stone könnte da hingehen, das geht schon. Aber es ist ein bisschen von ab. Da oben ist es halt unerreichbar. Müsste da vorlaufen. Finde ich irgendwie doof. Andererseits, hier jetzt einen Sniper zu haben, wäre schon ganz gut. Ich habe ein bisschen Angst, dass die jetzt von der Seite kommen. Das ist ein bisschen risky jetzt, ne? Ich bin mir nicht sicher, wie offensiv wir jetzt agieren müssen. Ich wage es mal. Wir gehen mal mit ihr hier hin. Um dann hier hoch zu gehen. Kannst du irgendwie vernünftige Überwachung machen, falls... Na, das schießen wir in den Rücken, ne? Ja, sehr gut. Ich will bemerken. So, ihr beiden geht hier hin. Ja, MD bleibt mal da. Bunz bleibt auch da. Mal gucken wir mal. Ich möchte erst sehen, wie... Ah, da ist er. Okay, alles klar. Was macht der jetzt? Gut. Es kann sein, dass wenn wir den erledigen, dass wir dann erstmal wieder Ruhe haben. Insofern... hoffen wir, dass Bunz... Ja, das müsste aus der Entfernung gut hinhauen. Okay, tatsächlich. Lüppt. Mehr Enemies existen in der Region. Lüppt. Wir gehen? Wie der Norddeutsche sagt. Ja? Ist ja fast ein aufgesetzter Schuss, ja. So, wir haben jetzt drei, glaube ich, ne? Bleiben nur noch 14. Wir wollen erstmal... ...den Außenbereich clearn, bevor wir in den Innenbereich gehen. Das ist unser großer... ...taktischer Ansatz jetzt hier. Ja, ja, im Untergrund werden auch wieder welche sein. Das glaube ich auch. Der Innenhof wird jetzt hier spannend werden. Ich höre irgendwie ein Radio. Wir wissen, dass hier oben zwei Leute draufstehen. Das ist noch mal so ein heikler Moment. Ich finde, die Stimmen mal nicht ganz cool. Ich würde sie nicht abschalten. Wir haben auch keine Sicht... Oh, okay. Da kommt jemand um die Ecke. Mit einem Messer in der Hand. So, Banz. Schleiche ich mal hier vor. Haben wir noch eine bessere Deckung? Hier kann es natürlich gut sein, dass die anderen das sofort bemerken. Aber wir versuchen es. Okay, der kommt nah. Jetzt wird es ein bisschen kritisch. Okay. So. Das ist dein Moment mal wieder. Hä? Der hat einen Kopfschuss überlebt? Okay, jetzt wird es ernst. Weil jetzt sind alle alarmiert. Okay, alles klar. Jetzt haben wir unser Schlachtfeld. Und die Position ist, um es gelinde zu sagen, beschissen. Weil wir hier überhaupt keine Deckung haben. Überhaupt gar keine. Es kann sein, dass die zwei oben hier noch eingreifen. Es kann sein, dass die hier rauskommen. So, was sind das? Gitterstäbe? Auf der Seite sind keine Fenster. Das ist wichtig für uns. Naja, ich tendiere dazu, dass wir uns hier ein bisschen zurückziehen. Das hier ist leider keine Deckung mehr. Es ist nervig. Ich meine, man kann sich hier hinlegen. Vielleicht mit den Snipern. Und so rüberstreichen. Stone kann an der Ecke stehen. Aber Kalina ist mir hier definitiv zu weit vorgezogen. Aber die kommt jetzt aus der Nummer auch nicht mehr gut raus. Ist das hier Deckung? Das ist glaube ich noch nicht mal Deckung, ne? Das heißt, eigentlich muss sie sich komplett hinlegen. Dafür brauchen wir ein AP. Nach links zur Treppe. Da kann man dann aber nicht mehr schießen. Das finde ich irgendwie, da ist man komplett aus dem Spiel. Hier will ich eigentlich auch nicht hin, weil da oben sind zwei Typen, die von hier oben runterschießen können. Es ist alles unschön. Ich würde sagen, wir ziehen uns erst mal so weit zurück, dass sie sich noch hinlegen kann. Kostet das hinlegen? Was? Eins, ne? Geh mal so weit es geht zurück. Hier hin und dann hinlegen. Kostet mich. Sie sehen mich nicht, bis es zu late ist. Ich meinte, Blood. Aber ihn jetzt in so einer Aktion jetzt hier vorne in die Ecke zu stellen, ist ein bisschen zu selbstmörderisch. Es könnte sein, dass sie von der Seite kommen, die schießen von hier runter und so. Das ist auch alles doof. Auch Blood muss zurück. Hilft nichts. Wir sind da in keine gute Position reingelaufen. Leg dich mal hin. Dann werde ich jetzt den Plan mal versuchen, dass wir hier hinten von hier aus einfach im Liegen snipern. Ja, noch ist es nicht die richtige Richtung, aber das wird schon. Und... Stone geht an die Ecke. könnte vielleicht jetzt Überwachungsfeuer mal machen. Und... Barry geht so nah, es geht ran. Äh, Quatsch, das ist empty. Dann gehst du da hin. Barry geht da hin. Ich versuche, zu sehen. Ich versuche, zu sehen. Okay. Kalina könnte das auch machen. Versuchen wir das mal, falls sie hier reinlaufen. Gut, das ist unser Auftakt. Gut, das ist unser Auftakt. Okay, Leute. Der ganze Auffriss war umsonst. Wir sind nicht entdeckt worden. Wir sind nicht entdeckt worden. Entschuldigt, aber... Man muss die Sache ernst nehmen. Was soll man sagen? Aber er weiß doch, dass er in den Kopf geschossen wurde. Und jetzt ist er nichts an? Was soll denn der Quatsch? Das wird schon nichts gewesen sein. Ja, genau. Let's pretend, das nicht passiert. Es ist sicherlich ein Flug. Okay. Jetzt haben wir daneben geschossen. Kurzzeitgedächtnis wegballert. Aha, sehr schön. So, aber ich glaube, Bunz kann noch mal schießen. Das ist unglaublich, mit ihrer Fähigkeit. Versucht sie noch mal einen Kopfschuss. Okay, wir haben es wieder geschafft. Ja, sauber. Also, das ist halt Infiltration. So, jetzt sind die beiden da oben irgendwie dran. Die Frage ist, kriegen wir die zu sehen? Und wir wissen, dass hier in diesem Haus, glaube ich, noch zwei waren und da oben standen auch noch zwei rum. Wisst ihr was? Ich glaube, die zehn Gefängniswächter sind hier oben und ich glaube, die sieben sind hier unten. Habt ihr mitgezählt, wie viele jetzt schon tot sind? Ich habe es vergessen. Eins, zwei, drei, vier. Vier sind tot, ne? Das heißt, sechs fehlen noch. Hier oben sind zwei, hier drin sind zwei und hier oben stehen zwei. Alles klar. Okay. Was wir jetzt mal probieren, ist, mit Blatt hier hochzuschleichen und den zu messern. Ich weiß nicht, ob das geht. Wenn wir die nicht sehen, wäre jetzt mein meine Idee. Offenbar sehen wir die nicht. Allerdings muss das ein bisschen gedeckt werden. Durch Monika. Wenn ich klein war, würde ich von allen schütteln. Ich werde keine Ruhe machen. Kalina, die da in der Ecke stehen kann. Also wir wissen ja, das Ganze ist jetzt ein bisschen überschaubarer geworden. Ich glaube, wir können unser Team komplett an die Ecke ziehen. Ja, ja, mit Machete, na klar. Haben wir ausgerüstet. So, okay. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch, dass wir hier die Mission auf diese Art und Weise, ich finde es immer relativ elegant im Spiel. Auf diese Art und Weise die Dinge. Das Problem ist, es ist jetzt sehr, sehr heikel, weil der auf der anderen Seite sieht uns natürlich auch. Wie soll das eigentlich gehen? Das funktioniert doch gar nicht. Wir kommen hier in Teufels Küche. Hm. Der hat sogar eine ziemlich krasse Waffe da irgendwie, ne? Wenn wir da jetzt, das geht doch nicht, Leute, es ist zu übermütig. Wisst ihr, was wir eigentlich realistischerweise machen müssen? Es ist jetzt nervig, aber wir müssen das tun. Geh mal wieder runter. Wir gehen mit den Snipern hier raus, schneiden uns da durch und erschießen die von außen. Das ist der Weg. Ich habe eine Verantwortung. für unsere Leute. Es hilft nichts. Ja, er läuft in Hochform vor mir, aber ich will jetzt hier nichts unnötig riskieren, Leute. Ich bitte um Verständnis. Wir schneiden uns da durch. Oh, du siehst schon jemanden. Unnötigbar. Ich glaube nicht, das ist wunderschön. Sie sehen mich. Ah, Karina hat hier Sicht. Auf. Nee, ist zu weit. Schneid mal auf hier. Ja, Karina hat den Seitenschnall, der siehst ja die Technik. So, jetzt müssen wir noch einen Schusswinkel bekommen. Aha, da haben wir ja schon einen. Perfekt. Es kann natürlich sein, dass der andere jetzt alarmiert wird durch den Schuss. Dafür haben wir dann Buns. Der ist aber nicht ganz so gefährlich, aber egal, wir fangen trotzdem mit dem an. Okay. Danebengeschossen, Buns. Easy. So, der ist alarmiert. Uh. Die Ladies kriegen jetzt hier was ab. Pay close attention to my form. Wir versuchen es trotzdem nochmal. Nochmal nebengeschossen. Jetzt wird es unangenehm. ich würde von everyone hide. So, wir könnten aber jetzt. Quiet and deadly as the plague. Natürlich, wenn die rauskommen, ist ein bisschen doof, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, die haben das noch nicht mitbekommen. Vermute ich mal. Ich riskiere es jetzt einfach. Wir versuchen, ihn in den Rücken zu laufen und ihn dann zu messern. Move in. Wie gesagt, wenn die jetzt alarmiert sind, dann haben wir ein kleines Problem. Aber ich dug mich sicherheitshalber. Lass es uns probieren. So, um das abzusichern, werden wir Barry hinstellen. Das reicht nicht. Das war dann eine schlechte Idee. dann wird es going. Still und detected. Gehst du da hin und gehst vielleicht doch. Wenn die hier angelaufen kommen, machen wir es mal so. Stone geht an die Ecke. Scheiße. Das war nicht Stone, das war MD. Das war mein Fehler. Ist egal. Stone geht hier hin und macht Overwatch. Ja, sehr gut. Ich will Overwatch halten. So. Kalina hat noch ein bisschen. Die ist aber versteckt. Wir legen sie trotzdem hin und machen Zugende. Scheiße. Das ist das Letzte, womit ich gerechnet habe. Das. Der war. Der hat doch da draußen die Ladies gesehen. Ich dachte, der schießt darauf. So, warte mal. Einer deiner Söldner ist am Boden. Zum Glück ist er bei diesem Angriff nicht gestorben. Du sollst ihn allerdings schnell von einem Verbündeten verbinden lassen. Charaktere, die zu Boden gegangen sind, können sterben, wenn sie am Boden signifikanten Schaden erleiden. Verbinden Effekte hängen von der Medizinfähigkeit am Beschäftigten Verbündeten eine Weide. Verlass dich nicht darauf, dass dich der Status am Boden vor dem Tod bewahrt. Söldner können auch sterben, ohne vorher zu Boden zu gehen, wenn sie massiv Schaden erleiden. Ja, der war, ja klar, an sich ist das natürlich rational gewesen. Todeschwunst niedrig. jetzt haben wir ein echtes Problem. Weil wir den jetzt so schnell es geht erwischen müssen und unsere Ladies, die das können, sind nicht in Reichweite. 14 Bewegung hat sie. Hat sie von hier Sicht auf den Gegner? Nein, hat sie nicht. Okay, das heißt, die sind, kommt schon mal nicht in Frage. Außen ging? Wie soll sie den denn von außen sehen, Leute? Wir gucken mal kurz. Oh ja, doch, 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 ihr habt recht. Das könnte unsere Chance sein. Okay, das ist jetzt super wichtig. Bunz, jetzt brauchen wir dich. Wir gehen hier hin mit 4 AP. Oh, das war ein guter Hinweis. Danke, hätte ich nicht erwartet. Steady does it. Okay, wir brauchen Kopfschuss. Beten wir. Bunz, Bunz. Du warst immer, du bist die beste Schütze, die wir haben. So. Blood here. Trying to be quiet. I will try to remain hidden. Um, quietly? Like this? What is up, man? I'll see them before they see me. Hey, thanks, man. Next time we're in town, I buy you dinner. Okay. Okay. okay, 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 okay. So, das heißt, Blood, das ist ein bisschen schwierig, weil der natürlich gerade im Bunker da unten eine sehr, sehr, sehr wichtige Rolle hätte spielen müssen. Dass er jetzt so hart angeschlagen ist, wird uns wirklich schwächen. Wir bringen ihn hier erstmal in Sicherheit. Ich würde sagen, wir halten ihn jetzt raus aus den Geschichten. Kehren jetzt unten erstmal zurück. Bringen unsere Ladies zurück. Pause mal vor dem Bunker, finde ich ehrlich gesagt cheesy und unglaubwürdig. Ich meine, da sind jetzt Leute im Bunker. Wir haben das oben erobert. Jetzt machen wir doch nicht irgendwie erstmal 24 Stunden Pause und die bleiben da im Bunker. Kommt mir irgendwie komisch vor, weiß ich nicht. Observe. So. Also wir wissen, da oben sind die. Vielleicht haben von hier einen Schusswinkel. Buns. Gehen wir da gucken. Ah ja, okay. Sie sieht schon jemanden. Die anderen kommt jetzt mal nach. Also klar ist allerdings, warte mal, das Problem ist, wenn der Kampf jetzt losgeht, kann es sein, dass da unten der Kampf auch losgeht, aber es muss nicht sein. Ich glaube aber nicht, dass sie da durchschießen können. Das ist alles voller Kisten und so weiter. Ich denke, wir haben hier eine relativ gute Kontrolle über die Situation. Auf jeden Fall ist da ein zweiter, das heißt, es wird dann erstmal noch wieder zum Gefecht kommen. Kalina muss hier vorne hin. Die blitzschnellen Reflexe sind echt stark. Ich meinte, es macht die Sache mit dem Snipern auch deutlich schwächer, was ich an sich gut finde. Sonst ist das schon ziemlich überlegen. Ist okay. So, ich würde sagen, wir machen erstmal nix. Monika Sundergaard hier. Du gehst in Deckung. Kalina könnte überwachen. Nee, wir haben da keine Sicht. Passt nicht. Wie die Mutter immer sagt, es ist keine Überwachungsparty, wenn es... Angelegenheit! Ah, okay, wenn du stehst, siehst du ihn von dort. Das ist ein Nahkämpfer. Wahrscheinlich zu... Ja, ich glaube, das ist nicht so gut. Die Frage ist, wie die von da oben runterkommen, wenn er ein Nahkämpfer ist. Wie ist das, wenn du aufstehst? Siehst du den denn auch? Nee. Hm, okay. Dann gehen wir in Deckung. Was soll das? Warum sollte er sich hinlegen? Ja, er hat Intuition, weißt du? Er spürt, irgendwas ist hier, irgendwas kommt auf mich zu. Ich würde sagen, es ist eher Intuition als irgendwie ein Reflex. Ist das hier Deckung? Nein, das ist keine Deckung. Okay, dann haben wir keine gute Position, außer hier vielleicht. Sechster Sinn, genau so was ist das, würde ich sagen. Lohnt sich hier in Overwatch? Auch nicht richtig, das ist alles schwierig. Okay. So, Blatt lassen wir einfach da, wo er ist. Und mal gucken. Okay. Was machst du hier? Weg jetzt oder sterbe. Der Kampf wird ein verbundener Kampf. Das verändert die Situation jetzt doch gewaltig. Vor allem weil Blatt... Haben die Blatt gesehen? Nee, Blatt ist noch verborgen. Ähm, okay. Ja. Das Problem ist nur, Deckung, 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 die hier komplett fehlt. Natürlich auch für die Gegner. Es gibt hier wirklich keinerlei Deckung. Dem ganzen Bereich, ey, krass. Ist das hier oben, ist das Geländer Deckung? Wir müssen erst mal die da oben killen. Banz, jetzt ist wirklich der Moment, wo du mal treffen könntest. Okay, gekrittet. Ja, geht nicht so an, aber stimmt schon. So, das war schon mal erfolgreich. Das heißt, jetzt haben wir noch drei. Hm. Was macht der da oben? Wie kommt der runter? Da war doch ein Nahkämpfer, ne? Weil wenn wir wissen, dass von oben keiner mehr kommt, könnten wir die Deckung verändern in die Richtung, dann wären wir in einer guten Position. Aber ich bin mir nicht sicher, wo der hin ist da oben. Das ist die große Frage. Ich glaube, wir müssen noch eine Runde ein bisschen hier ausharren. Nein! Oh Gott! Das wäre es gewesen. Sie zielt auf den Boss. Das geht ja gar nicht. Wir werden vielleicht mit ihr mal Überwachung hochmachen. Ja, probieren wir das mal. Ja, ja, ist gut Blatt. Ich weiß, es tut weh. Du gehst mal hier an die Ecke. Ah, ich war nie gut bei Hust-and-seek. Bege ich auf! Ah, schade. Habe ich mir besser vorgestellt. Der Winkel ist ja ganz schlecht. Boah, buh. Mache ich trotzdem. Du gehst erstmal in Deckung. Kalina geht auch erstmal in Deckung. Wir müssen erstmal gucken, ob der Typ da oben noch auftaucht. Mein Blatt ist nicht gesehen und ich hoffe, er bleibt auch ungesehen. Was machen die denn jetzt? Okay. Das ist jetzt ein bisschen unklar. Das ist jetzt ein bisschen unklar, was jetzt hier passiert. Ich würde sagen, Banz könnte es jetzt mal wagen, hochzugehen. Ah! Oh! Uh! Da ist er! Schwerer Rüstungshelm. Das wird mit einem Schuss nicht erledigt sein. Aber gut, wir haben ja mehrere Leute. Wenn du aufstehst, siehst du den dann? Nee. Das wäre eine Sache für die Schrotflinte, oder? Und die anderen verschranzen sich drin, ja. So, wo versuchen wir das? Hier, Gratisbewegung, oder hier unten? Den müssen wir jetzt erledigen, hier. In dieser Runde muss der fallen. Ich gehe mal hier... Versuchen wir es, wenn der Schrot sei will. Ja! Das war so cool! Ich wünsche, ich könnte so schießen. Okay, die zwei haben wir. Das heißt, wir sind jetzt erst mal sicher. Ich bin mir nicht sicher, ob man von unten da hochkommt. Aber es sieht nicht so aus. Das sieht nicht so aus. Das heißt, es gibt wirklich nur diesen einen Weg da rein. Und da müssen wir uns jetzt reinfighten. Von der Seite irgendwie. Und das machen wir jetzt. Indem wir uns einfach sukzessive vorarbeiten. Siehste? So, Barry kann sich auch noch ein bisschen bewegen. Ich meine, man könnte Buns hochschicken. So nach dem Motto, wenn die rauskommen, dann steht jemand von uns da oben. Entstanden. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Ach, du Scheiße. Da war noch einer? Hä? Okay. Das ändert einiges. Okay, wie gehen wir denn damit jetzt um? Kalina, hast du irgendwo Sicht auf den? Nein. Okay, das ist schlecht. Kurz mal nachdenken. Wie kann der uns jetzt Schaden zufügen? Das ist ein Messerkämpfer. Der muss hier durchlaufen, ehe er zu ihr kommt. Es kann natürlich sein, dass er noch eine andere Waffe hat. Aber der hat eine Machete. Sieht nicht so aus, ob er eine andere Waffe hat. Gut. Das heißt, er muss da durchlaufen. Und kann uns eigentlich nicht viel tun. Sie kann eh nichts mehr groß machen. Die Frage ist, wir gehen einmal noch in Deckung. Auch wenn das jetzt nicht so doll ist. Wie können wir ihr da oben helfen? Ich würde sagen, wir schicken mal MD hier auf die Ecke. Ich meine, er kann natürlich auch ein Messer werfen und so Quatsch. Aber versuchen wir es mal. So, der ist auf jeden Fall nicht in Sicht. Barry hat sich leider schon bewegt. Und Kalina wäre natürlich cool, wenn sie in irgendeine Position käme, wo sie dann vielleicht schießen kann, wenn der irgendwie sich bewegt oder so. Vielleicht von hier oder so. Das wäre vielleicht gar nicht übel. Hat sie sogar Deckung hier, ne? Komischerweise, der Stuhl gibt Deckung. Machen wir das mal. Laufen mit ihr da. Und Overwatch kostet einiges. Ich weiß nicht. Das finde ich immer ein bisschen komisch. Ah, okay. Man muss es so machen, dann sieht man das. Wenn er jetzt läuft, ne? Dann kriegen wir ihn in Overwatch vielleicht rein. Du bleibst weiter geschützt. Okay, gucken wir mal, was das wird. Ja! Nein, doch nicht. Der läuft wieder raus. Okay. Jetzt kommt der Overwatch. Leider daneben. Schade. Da sind zwei drin. Okay, wir haben uns irgendwie vollkommen verzählt. Der hat sogar eine Granada. Hä? Wo kommen die denn alle her? Ja, M.D. jetzt bleibt ruhig. M.D. present. Hinter... Hinter Kalina sind Gegner? Ne. Da sind Gegner. Und einen sieht sie auch. Das ist das Problem, ne? Die haben halt Helme, ne? Hier ist nur einer. Und da finde ich fast, dass Blood vielleicht doch noch einen Moment hat. Na gut, das sollte man erst machen, wenn er wirklich hart angeschlagen ist. Das Problem ist das Stone. Ah, der ist da sehr versteckt. Stone muss natürlich hier noch zurücklaufen können. Vielleicht mal einen Moment für eine Stabgranate. Wir sind in einer ziemlich schwierigen Situation. Was kostet uns das? 6 AP. Hm. Und danach Blood vorlaufen lassen mit seinen Messern müsste eigentlich passen. Wir werfen mal. Das ist einfach jetzt eine Frage. Der ist inspiriert? Was heißt das denn? Ist jetzt halt eine Frage der Deckung, ne? Deswegen habe ich das gemacht. Barry wäre auch noch ganz gut. Wir gucken mal, wie Blood jetzt klarkommt. Aber das Problem ist ja, durch die Wunden ist er total eingeschränkt. Naja, das ist durch den erhöhten Schwierigkeitsgrad, den wir jetzt da eingestellt haben. Der verliert jetzt massiv, glaube ich, an AP und Möglichkeiten. Aber wartet mal. Ah, Messer können wir nicht. Wir müssen erst töten. Messerwurf wäre möglich. Aber das muss dann auch klappen, ne? Von hier Messerwurf. Wäre möglich. Ne, oder? Er zeigt mir keinen Sichtkontakt an. Kann er nicht sein. Doch, den hat er, ne? Underground ist ein Separatorsekt. Ach so. Okay, wir haben die alle hier. Ja, ich habe die Machete, aber damit komme ich nicht hin. Und der Messerwurf, den macht er mit seinen unendlichen Messern. Das ist noch was anderes. Okay, wir lassen das erstmal. Wir müssen ihn irgendwie noch ein bisschen weiter schwächen. Ich würde gerne mit Barry, aber Barry hat wahrscheinlich keine Sicht auf den da hinten. Barry könnte noch eine Granate werfen. Das wäre eine Möglichkeit. Barry könnte aber auch eine Granate da oben hinwerfen. Das ist eigentlich viel cooler. Danach hat er ja noch Bewegung. Die Frage ist, wo müssen wir stehen, damit Barry vernünftig seine Granate hochwerfen kann. Wir checken das mal aus. Versuchen wir es mal hier mit. So, am liebsten die Hula. Ja, das passt perfekt. So muss es sein. So, jetzt hat er ja noch die Gratisbewegung. Ah, doll ist das nicht da unten, ehrlich gesagt. Aber vielleicht rettet ihn der Winkel. So, das ist eine verletzte Gefängniswache. So, jetzt ist die Frage... Wir haben hier einen Molly. Der macht erstmal keinen Schaden, sondern nur Brennen. Wir haben hier Bunz. Ist die Frage, ob Bunz in der Lage ist? Ich meine, sie kann auch wechseln auf die andere Waffe. Bin ich mir nicht sicher, was jetzt das Effektivste ist? Wir haben ja schon erlebt, dass das funktioniert. Auch von so einer Entfernung. Was meint ihr? Wollen wir das so machen? Sie kann zwei Kopfschüsse machen. Also, es scheint kein Problem zu sein, von nahe Entfernung zu feuern, oder? Das ist zu nah für das Gewehr. Also, ja klar, ich kann die Waffe wechseln. Aber, ich sag mal so, wenn es keinen Nachteil gibt für den Einzelschuss auf so einer Entfernung mit dem Gewehr, und ich sehe gerade jetzt keinen Modifikator, der mir das sagt, dann ist das Gewehr am Einzelschuss viel besser. Sie kann zweimal 65 Schaden machen. Ja, vorhin hat es auch geklappt. Also, ich denke schon, dass wir es machen sollten. Easy. Einmal 58 Schaden. Das ist richtig. Gib den Schäden einen Böden. Gib ihnen zurück zu ihren feilen Heeren. Begeleidung an meine Form. Und jetzt nochmal. Du musst schlafen, Creep. Du musst schlafen, Creep. Okay, gut. Es gibt keinen Nachteil auf nahe Distanz. MD present. So, dann ist jetzt noch die Frage mit MD. Also, er hat einen Molly und er hat seine Famas. Von da sieht er den Gegner nicht. Von hier sieht er ihn. Der ist schon verletzt. Kann man MD das zutrauen? Und wenn er aufsteht, sieht er ihn vielleicht direkt? Nein. Hä, warum sieht er ihn jetzt nicht, wenn ich aufstehe? Hä? Ich kann es nicht tun. Vielleicht sollte jemand besser als ich diesen Schaden nehmen. Verstehe ich nicht. Doch, sieht er doch. So. Oder wollen wir lieber eine Molly werfen? Das muss ein Kopfschuss sein. Los kommen wir. Wir setzen das dann mal unter Feuer. Ich will mal sehen, wie das funktioniert. Chance auf Missgeschickt moderat. Versuchen wir es. Nein. Alter. Bist du ein Depp oder was? Soweit zu dem Thema. Okay. Wir haben noch. Wir haben noch. Nee, der hat keinen Sprengstoff. Warte mal. Wir müssen ihn in Sicherheit bringen. Ah, das ist übel. Wir gehen da, wir gehen hier hin und gehen in Deckung, oder? Ich meine, die Deckung ist eh nicht. Dann machen wir es lieber so. Dann werden wir erst mal außer Reichweite und hoffen, dass er überlebt. So, das ist sehr, 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 sehr doof jetzt der alles. Der, der kann auch was tun und hat auch eine Granate. Und jetzt haben wir noch diese schwierige Situation. Wie lösen wir die? Barry hat was gemacht. Ja. Ja. Stone würde ich sagen, geht um die Ecke. Und zwar am besten, soweit es geht. Nee, dann ist er ein Schuss weiter des anderen. Ach, du Schreck. Kann er aus jeder Situation in die Bauchlage, ohne irgendwas? Er muss in die Bauchlage. So, das ist jetzt ein heikler Moment. Äh, was meint ihr? Blatt mit Wurfmesser? Reicht das? Nee, das Risiko ist mir zu hoch. Machen wir nicht. Stabgranate? Er ist immer noch verletzt. Wir hätten noch 15. Ah, wir... Nee. Hinterkunk gehen. Meet my sweet little girl. Okay, Leute. Ich glaube, das Thema Schwierigkeitsgrad hat sich erst mal erledigt. Er hat auch ein Missgeschick gehabt. Oh mein Gott. Aber wir haben eine Blutung. Scheiße. So. Okay, warte mal. Der muss jetzt so schnell es geht erledigt werden. Ich weiß hier, was hier jetzt ein bisschen Schiss hat. Das Blatt jetzt entdeckt ist, ne? Und ich fürchte, der ist entdeckt. Der Boss ist hier. Wir haben echtes Problem. Wir müssen Blatt in Sicherheit bringen. Die Wachen haben auch ein MD. So. Es wäre ganz cool, pass auf, es wäre jetzt ganz cool, wenn... Ja, du kommst da nicht ran. Wenn wir den jetzt hier schnell erwischen, damit Bunz hier vorne hin kann. Was bedeutet das? Bluten eigentlich? Was ist das für ein Effekt? Was willst du denn? Wo sehe ich das? Dieser Charakter erleidet jede Runde fünf Schaden, bis er verbunden wird. Ach du Scheiße. Das ist ja auch noch ein Problem. Ja? Okay. Es wird immer ungemütlicher. Ja? So. Vielleicht geht das, wenn du aufstehst. Hier, ein guter Schaden. Ach so. Das ist Entdeckung. Da kann ich den vielleicht noch treffen, oder? Entdeckung heißt, ich müsste... Es müsste schon gehen. Wir probieren das einmal. Oh, nee. Ah, jetzt hat sie keine AP mehr, wenn sie nochmal schießt. Okay. Ich meinte, wir könnten noch eine Granate draufwerfen. Das ist auch so ein bisschen dämlich, ne? Aber was soll man machen? Barry würde hundertprozentig treffen. Es ist jetzt wirklich eine heikle Situation. Ich hoffe, MD bekommt da nichts ab. Es ist für mich schwer zu sehen, was jetzt hier gerade passiert. Aber ich glaube, so müsste das was werden. So, den sind wir los. Monika Sundergaard, hier? So, Monika kann von hier einen Schuss abgeben. Dann steht sie aber super exponiert da. Und kann von unten getroffen werden. Die Frage ist, ist es das wert? Sie wird den wahrscheinlich auch nicht killen, ne? Der hat aber ein Messer. Nee, der hat kein Messer. Der hat eine Schrotflinte, oder was das ist. Ja, stimmt. Die sind blutend, ja. MD present. Wir müssen jetzt erstmal irgendwas tun. Sonst würde das nichts. Die können sich doch gegenseitig selber verheilen, oder? Ich glaube, ja. Ich weiß nicht, ob das geht. Wir probieren es mal. Du gehst hoch. Wir müssen jetzt mal heilung machen. Du gehst da? Du machst das... Du meinst jetzt? Ja, bei ihr. Und Bunz macht das bei ihm. Boah, schaut mal, ist das nicht süß? Ui. Barry... Okay. Soviel zu diesem Thema. Wie Katzen. So. Ich habe aber ein kleines Problemchen vergessen. Nämlich dieser Typ dort. Den habe ich gerade ein bisschen aus den Augen verloren. Ich würde sagen, Barry geht ran, macht einen Schrotflintenschuss. Ich hoffe, das geht. Und danach bewegen wir uns noch. With certainty. Die Entfernung ist nicht gut. Die Entfernung ist zu weit. Was machen wir da? Das bringt, glaube ich, nichts, oder? Da kommt einfach nichts an. So, dann haben wir jetzt noch Stone. Hat er eine andere Waffe? Gute Frage. Ne, hat er nicht. So. Das ist jetzt sehr, 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 sehr doof. Weil der Boss ist auch komplett am Arsch. Wir können Salvenfeuer, aber dann können wir nichts mehr machen. 3 mal 13. Das ist die Frage, ob das reichen wird. Ich bezweifle es so ein bisschen. Aber wir haben jetzt nicht viele Optionen, glaube ich. In die Arme. Das Problem ist, er kann halt nicht gut zielen. Wenn ich jetzt noch anfange, in die Arme zu schießen, weiß ich nicht. Ja, sie können sich auch beide selbst verbinden. Gegenseit ist nicht zwingend nötig. Das stimmt. Aber ich habe gelesen, dass das Selbstverbinden schlechter funktionieren soll. Warum auch immer. Tja, Leute. Unterleib macht mehr Schaden, okay. Bisschen mehr Schaden als Oberkörper. 3 mal 16. Ja, wir müssen es probieren, ne? Alter. Ach, scheiße. Barry Ungarn. Ja, Barry. Jetzt fehlt uns echt ne Granate. Zu wenig HP. Also, was können wir tun? Wir können Barry in Deckung bringen. Da waren zu viel Rote, ja. Das war wahrscheinlich wegen der Wunden auch. Es begann so gut, das stimmt. Ja, Überwachung bringt nichts. Der wird ja von da einfach schießen. Wie ist das? Gibt es eine Chance, dass man trifft? Auch mit der Schrotflinde auf diese Entfernung? Oder ist es so, dass es eigentlich komplett aus der Range ist und es definitiv nicht klappt? Wahrscheinlich wird das nicht klappen, ne? Barry Opfern. Wenn ich Barry vorne hinstelle, dann schießt er auf Barry, meint ihr? Das Problem ist, dass die ja auch noch um die Ecke kommen. Also man muss aufpassen, wo man die dann hinstellt. Ja, ich meine, das ist vielleicht ne Idee. Und dann nochmal in Deckung gehen. Ich glaube, der schießt trotzdem auf den Boss. Overwatch bringt doch nichts. Warum sollte Overwatch was bringen? Der schießt doch auf ihn. Der läuft doch nicht in den Overwatch rein. Zumal die Gegner den Overwatch sehen. Kalina kann leider nichts mehr machen. Warte mal, was hat die noch? Eine Tränen-Gas-Granate. Uh, das ist nochmal interessant. Warte, das könnte noch die Rettung sein. Wir haben ja nur zwei... Okay, wir brauchen vier dafür. Kommt nicht hin. Wir können nur zwei EP gehen. AP. Das bringt nichts. Mit ihr in Overwatch bringt auch nichts. Sie hat keine Schussreichweite. Der Overwatch kostet sechs. Okay, wir können nur folgendes machen. Wir gehen noch zwei. Und gucken mal, ob diese Blendgranate jetzt funktioniert. Ne, funktioniert auch überhaupt nicht. Ja, ja. Schwierig, schwierig, schwierig. Hallo. Wir treffen den nicht. Overwatch aktiviert sich auch beim Schießen. Aber Leute, es ist ja nicht... Es ist ja nicht in Reichweite. Es bringt doch nichts. Der läuft doch da jetzt nicht hin. Zumal die KI den Overwatch ja sieht. So wie wir auch den Overwatch sehen. Das wird nix. Ähm. Okay, pass auf. Wir stellen uns hier hin. Und hoffen, dass er auf Bell schießt. Schießt. Hilft nix. Und jetzt muss man auch Blood in Sicherheit bringen. Weil ich fürchte, die haben den gesehen. Es wird immer schlimmer alles. Geh mal da hin. Und geh in Deckung. So. Mal sehen. Ei, ei, ei. Oh nein. Messer. Ist er gestorben? Ist er gestorben? Ist der Boss gestorben? Oh mein Gott. Very Unger. Okay. Ich hatte ja ursprünglich gesagt, dass ich reloade. Aber man könnte einfach auch sagen, es wird einen neuen Boss. Es gibt halt einen neuen Boss jetzt. Na, ich... Reload? Ich meinte, wir werden das schaffen, ne? Den letzten Zug reloaden? Ich bin mir jetzt nicht so sicher, wie wir jetzt mit der Situation umgehen. Ich würde sagen, wir spielen jetzt erst mal das zu Ende. Und wenn wir das überleben sollten... Was? Ich meine, es ist doch auch eine gute Geschichte. Walter Stone hat es verkackt. Und irgendein Neuer schwingt sich auf als Boss dieser Söldnertruppe. Ne, man kann dann keinen neuen Söldner generieren, glaube ich zumindest. Obwohl, es könnte ja vielleicht sein, oder? Ich bin mir gar nicht so sicher. Das wäre natürlich auch cool. Ja, ja, ich will eigentlich auch nicht laden. Der zu sehr auf sein Bauchgefühl gehört. Ja, okay, gut. Aber das ist doch mal ganz gut. Wir erfahren, dass der Schwierigkeitsgrad doch richtig anziehen kann. Ich würde sagen, wir spielen das jetzt zu Ende. Wir versuchen unser Bestes. Wir haben jetzt hier einen verletzten Vollstrecker, hier einen starken, und dann haben wir irgendwo noch diesen Superboss. Der kommt da wahrscheinlich um die Ecke gelaufen. Ja, ja, kostet halt. Ich finde, eigentlich gefällt mir die Geschichte gerade so. So, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich gucke jetzt mal mit ihm, wo der andere ist. Beziehungsweise wir gehen mal in den Schleichmodus. Und schauen uns das mal an. Ob wir den sehen. Oh, ja, alles klar. Gut, dass wir geschlichen sind. Wir wissen jetzt, was hier noch kommt. MD wird Boss, wie der will. Ja, das wäre auch nicht schlecht. Wir müssen irgendwie eine Wahl veranstalten. Aber jetzt erst mal Konzentration. Wir sind hier noch lange nicht durch. Das ist eine sehr, sehr, sehr unangenehme Situation. Barry hat noch Hohladung. Die kann er über die Leiche des Bosses noch werfen. Schaut mal, so erwischen wir zwei. Ich würde sagen, das ist keine schlechte Aktion. Sechs AP kostet uns das. Danach könnte er auch noch was machen. So, jetzt zeigt sich hier wieder einmal. Wir brauchen mal Zeit, dass unser Team hier auch mal wieder ihre Stärken zeigt hier. Kann ja nicht sein, dass wir uns hier so erbärmlich schlagen. Das ist ja unglaublich. Barry hätte ihn aber mit Überwachen retten können. Na ja, warte mal. Leute, ich wiederhole nochmal. So wie wir sehen, was die KI macht, ob die Overwatch hat oder anpinnen, sieht die KI auch, wenn wir Overwatch haben. Ich gehe davon aus, die KI wäre nicht mit dem Messer in den Overwatch reingelaufen, sondern hätte dann geschossen. Ich meine, das ist doch total simpel, oder? Ich glaube nicht, dass man das mit Overwatch hätte anders lösen können. Das ist halt wirklich wichtig zu wissen. Die KI sieht den Overwatch auch und agiert dementsprechend. Nee, nee, Chani Nero, wir haben in der letzten Session, haben wir drei Situationen gehabt, oder ich weiß nicht genau, ob es in der letzten oder vorletzten war, wo die KI richtig schön hübsch um den Overwatch rumgelaufen ist. Das ist wirklich dreimal passiert. Ich glaube, das war bei der Vormission. Das stimmt, bei einem Schuss wäre Stone nicht tot, dann wäre er nur am Boden gewesen. Okay, das ist ein Argument, ja. Das gebe ich zu. Das ist ein Argument, ja. Gut. So. Wie machen wir weiter? Gut, die werden jetzt da irgendwann um die Ecke kommen. Es ist aber insofern eine ganz anständige Situation, dass wir uns erstmal hier irgendwie solide zurückziehen können, würde ich sagen. Und uns aufbauen müssen. Wir könnten hier jetzt ein Overwatch machen. Falls die da reinlaufen, machen wir mal sicherheitshalber. Michael hier. Okay. Ich glaube, MD, weiß ich nicht, ob der da, ich glaube, hier oben kann nur einer stehen und das ist, glaube ich, Bans. Die könnte dann von oben runterschießen. MD würde ich tatsächlich wieder runternehmen. Wir könnten Grunt hier holen. Wir könnten Grunt hier holen. Ja, müssen wir uns überlegen. Bin mir nicht ganz so sicher, ob das jetzt eine coole Aktion ist. Wo bringen wir ihn erstmal hin? Ich meinte, da ist er auf jeden Fall geschützt, aber nicht... Naja, gibt aber keine richtig bessere Position. Muss er da hin. Gehen. Ähm, Stat. Bans geht hier hin. Und... Und... Bans geht hier hin. So, jetzt ist die Frage, lohnt sich hier in Overwatch? Eher nicht, würde ich sagen. Sie wird Bewegungspunkte aufsparen. Und Blatt macht hier einfach den, der die Sicht schafft auf die Gegner. Das ist okay. Gut. Dann mal schauen. Boah, Goose, könntest du bitte mit diesen komischen... Judgen irgendwie aufhören? Ist doch Quatsch, dass ich keine Taktik habe. Ist doch... Das ist völlig Unsinn. Da kommt noch einer. Okay. Gut, dass wir den sehen. Man macht halt Fehler. Aber ist doch... So eine allgemeine Aussage ist doch völliger Unsinn. Ich meine, wir sind das letzte Mal komplett, wirklich, ohne irgendwie einen Treffer irgendwie aus der gesamten Session gegangen. So. Barry Unger. Barry. Barry, Barry, Barry. Barry, wäre ganz gut, wenn wir hier noch wieder mit der Granate weiterkommen. Ja. Zwei Leute in Reichweite. Scheint mir eine gute Sache zu sein. So, da hinten ist schwer verletzt. Der Boss ist sehr stark. Da brauchen wir jetzt wirklich mal... Da brauchen wir jetzt... Ja... Tja, schießt man in der Situation... Lieber auf den Helm? Oder lieber auf die ungeschützten Arme. Bin ich mir nicht sicher. Ja. Ja. Unterleib. Gepanzert. Gepanzert. Äh, was meint ihr? Gehen wir... Gehen wir auf den Arm? Ich habe noch nie auf den Arm geschossen. Verursacht aber nur den Effekt ungenau. Oh, ist das so stark? Oder lieber den Kopf. Beine. Das ist ja... Hoffen auf Crit. Ich bleibe doch lieber beim Kopfschuss. Der wird wahrscheinlich nicht tot sein. Der lebt ja. Mach den zu einem MD. Ja, ich... Pah. Komm, wir machen Kopfschuss. Okay. Krass. Der hat richtig fett Schaden bekommen. Und ist immer noch gesund. Ey, der hat vier Wunden. Alter Falter. Das ist ein Problem. Kriegen wir Banz irgendwo hin, wo die Sicht hat? Ja. Da hat sie Sicht. Oh, krass. Geil. Wie kommt sie denn da hin? Läuft die da durch? Springt die da rüber? Oben? Kann ich... Kann ich von hier oben... Ah. Brennt das da noch? Das brennt da noch, oder was? Das Ausrufezeichen will mir wahrscheinlich was sagen, ne? Aber es wäre eine geile Position. Das Dach ist Lava. Okay. Ja, toll. Aber, warte mal. Von hier haben wir auch Sicht. Von da haben wir auch Sicht. Das geht auch. Okay, Banz. Versuch es. Wie auch immer du das da jetzt... Steady does it. ...erreichen kannst. Auch du versuchst einen Kopfschuss. Okay, das scheint er wie seine Spezialfähigkeit zu sein. So, immerhin er ist schon verletzt. Was? Munition verbraucht? Ach du Scheiße. Toll. Gerade jetzt. Nachladen, 3 AP. Was? Nur ein Schuss hat sie dann? Warte, ist denn das für ein... Quatsch. Easy. Muss sie für jeden Schuss einmal nachladen? Das bringt, glaube ich, jetzt nichts. Nochmal ungezielt draufzuhalten. Schwierig. Sollte sie lieber wieder zurückgehen. Und nochmal nachladen. Na, jetzt voll. Hm, komisch. Vielleicht war das diese Spezialmonie, die sie nicht mehr hatte. Kann schon sein, ja. So, Leute. Wir haben noch Barry. Der hat nochmal 7. Steht da schlecht. Muss ich eigentlich in Deckung bringen. Und wir haben MD, der Molly. Aber die Frage ist, trauen wir ihm das zu, dass das hinhaut? Er kann natürlich auch schießen. Salvenfeuer auf dem Oberkörper. Auch schwierig. So, 5 AP. Was kostet die Molly 6 AP? Er kann beides machen. Würde ich sagen, machen wir beides. Einfach einen Oberkörperschuss. Oder auf die Arme, ja. Versuchen wir es auf die Arme. Aber schaut mal, wie viel Minus das ist, ne? Salvenfeuer, Arme, Minus, 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 Minus. Na, komm, versuchen wir es. I think I can, you know, get him. Okay, er ist ungenau. Er ist ungenau. Das kann uns vielleicht helfen. Hast du gut gemacht, MD. Moderate Chance auf Missgeschick. Wir hauen jetzt noch eine Molly rein. Ja, alles klar. Barry Unger. Und jetzt kommt Barry. Also würde ich ihn jetzt töten können, würde ich schießen, würde ich es riskieren. Aber es ist wieder komplett aus der Reichweite. Das heißt, wir bringen Barry in Sicherheit. Und ich hoffe, die werfen nichts. Schicken wir ihn da hin. Und dann gehe in Deckung. Es wäre so cool, wenn irgendwie Blood noch irgendwie so seinen ganz letzten Moment hat oder so. Wir bringen ihn mal ein bisschen näher ran ans Geschehen. Okay, mal sehen. Also im nächsten, in der nächsten Runde kriegen wir sie. Wir müssen jetzt nur irgendwie überleben. Ich hoffe so ein bisschen auf das Ungenau. Aber auf der Entfernung weiß nicht. Okay, wir haben Glück gehabt. Das sieht doch ganz gut aus. Gut. Das ist jetzt eigentlich der Moment einmal für Barry oder für Bunz. Wir schauen mal. Bunz hat jetzt wieder Money. Wichtig ist jetzt dieser blöde Boss da. Den müssen wir jetzt erledigen. Sagst du, ne? Alter. Was hat denn der für eine Fähigkeit? Okay, wir brauchen auf jeden Fall eine Pause. Dieser Gegenschlag ist ja sowas von widerlich. Der hat auch keine Granaten mehr. Ähm, wir müssen jetzt ran. Aber dann kann er schon wieder... Das heißt, man muss immer aus der Deckung schießen, oder? Carlina, ja. Carlina hier. Aber die feuert er auch. Und die ist nicht in Deckung. Insofern sollte sie in Deckung gehen, bevor sie schießt. Okay. 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 Wir haben ihn. Aber die anderen sind noch da. Auf jeden Fall gibt der auf. Die anderen müssen wir, glaube ich, noch zu Ende bekämpfen. So, das heißt, wir müssen auf jeden Fall... Der ist schwer verletzt. Wenn wir Barry da ranbringen, dann wird er ihn davor erledigen, oder? Und wenn nicht, dann immer noch MD. Geh mal in eine aufrechte Position. So. Okay, alles klar. Dann haben wir noch einen. Der möglicherweise hier rumgelaufen kommt. Aus dem Grunde machen wir was? Da haben wir... Da haben wir... Ich will do. Sehr gut. So. Ähm, Michael hier. MD ist der Einzige, der jetzt noch was machen kann. Der kann hier einmal Overwatch machen. Wenn er... Wenn er da durchgelaufen kommt. Ich meine, die Schmerzen, natürlich. Just die Schmerzen. Okay, alles klar. Blood. Hat vielleicht noch seinen Moment? Wir wissen es nicht. Noch ein. Ach, wir haben oben eine Blutung. Die habe ich vergessen. Die wollte ich ja noch... Die wollte ich noch heilen. Oh nein. Ready to, ähm... Do stuff. Buns. Jetzt musste ich mal selber heilen. Okay. Das sieht auch gleich jubel aus. So. Yes? Yes. Komm, zeig's mir. Wait. Let's be reasonable. Let's talk. Also. Jetzt muss er erstmal Rache üben. An Stone. Ich weiß, dass ich eine Mail bekommen habe. Aber die lese ich jetzt noch nicht. So, Jack Hammer. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Du hast unseren Boss umgebracht. Ähm, Michael hier. Warum hast du meine Präsentation? Du hast ein Kriminaleaktes gegen eine legittem Grantschian-Dertainment-Facility gemacht. Die Autoritäten werden davon hören. Okay, MD übernimmt jetzt hier die Führung. Das Wachpersonal besteht aus Legionssoldaten. Using Legion-Soldiere to guard your prison, hardly lend it an air of legitimacy. The trouble in the region has for certain budget cuts. Some of the guards may have taken side jobs to compensate. I don't control what they do outside these walls. So. Wer bist du? My name is Jack Mato. And I am the director of the Adjani State Prison. I am a public servant. And you have no right to attack my people or this institution. Ja, wir wissen eigentlich im Moment ein bisschen zu wenig, ne? Wir können mal sagen, du bist ein Krimineller. Ja, in gewisser Weise hat er vielleicht recht, aber die Menschen von Port Kakao behaupten das. Well, if your information comes from some worthless beggar who can't pay their debts, it can be very reliable, can it? Führungsqualität checkt. Oh, jetzt fehlt schon der Boss. Jetzt fehlt schon der Boss. Schulden zu haben ist kein Verbrechen. Na, versuchen wir es mal, ob Kalina das übernehmen kann. I am sorry, but being unable to pay your debts is a crime here in Grand Sheen. Ne, kann sie nicht. Such is the law. Perhaps my lending practices have landed some people in prison. My judgment is not perfect, we? But whose is? Let they who are without sin be the first to throw a stone. I don't think I've sinned, but I am not very good at throwing. Someone else should go first. I will not be standing for blasphemy. I am tempted to throw first stone. Rache für stone. Hört ihr's? Es ist immer von Stone die Rede. Yes, I am doing a little bit of involuntary workforce distribution. And in return, I get a little something for myself. It's not as bad as it sounds. Ah, okay. Also hier Arbeitssklaven gewissermaßen, die müssen das abarbeiten. Let us be reasonable. If you want to have one of those wretches down below, just name him. We don't have to fight over some goddamn prisoner, do we? So, wie bist du zum Gefängnisdirektor geworden? The Major took this place because he needed recruits. I was not just an Inmate. Ah, okay. I was the leader of its most powerful game. The Major recognized that fact and made me the new director of this place. This good place turns criminals into soldiers for the leader. Wer uns das jetzt so erzählt? Or laborers. Inmates here either submit to my will and pay off their debts with service or they never leave. That's why they call me Jackama de Breca. Jackama de Breca. So Leute, es gibt hier keine wirkliche Alternative. Es tut mir leid. Walter Kiesel muss gerecht werden. Es gibt für mich keine andere Option. Nein, ich kann dir Geld geben. Ich kann dir Slave geben. Bitte, was du willst. The world is going to be a better place without a scuzz world like you in it. Okay. I've spotted the enemy. Oh! Es ist noch jemand da. Okay, alles klar. Ja, ja, man hat es schon gesehen. Ich habe es irgendwie nicht ernst genommen. Da hinten ist noch einer. Die Sache ist noch nicht vorbei, Leute. Ich werde versuchen, es zu sehen. Ich hoffe, es sind nicht so viele und es ist wirklich nur noch einer. Bunz ist ja auch schon mega angeschlagen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir müssen die alle irgendwie... Ich würde sagen, ich würde sagen, ich würde sagen, Bunz wollen wir trotzdem nicht ganz verzichten. Die kommt hier oben hin. Observe. Kann sich Bunz noch verbinden noch mal. Ja, könnte sie noch mal machen. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Observe. Das war nicht so dolle. Das hätte wahrscheinlich lieber MD machen sollen. So, ich würde gerne, dass Kalina irgendwie... ...Schussfeld hat. Wie kriegen wir das hin? Kann die da rüber gucken? Wahrscheinlich nicht, ne? Vielleicht, wenn die hier oben liegt. Oder von hier vielleicht. Meine Babousia hat mir gedacht, ich will diesen Weg. So, das da oben müsste... Das Feuer müsste auch... Schauen wir mal. Ich weiß nicht, was Geheimnisse es gibt. Okay, der müsste, glaube ich, zurückkommen. Wisst ihr was? Wir können Bunz, glaube ich, auch hier hinbringen. So, jetzt hast du Sicht. Wie stehen die anderen? Die müssen wir noch in Deckung bringen. Ich vermute mal, dass der da irgendwie dann rauskommen wird. Wir können Barry hier unten hinbringen. MD geht hier an die Ecke. Wir warten vielleicht noch mal ein bisschen auf bessere Sicht. Oder vielleicht das Bunz schießt. Die ist die bessere Schützin. Und hat auch das Gewehr, das weiter schießen kann. So, wir werden noch ein bisschen geduldig. Ich hoffe mal, es ist die letzte Wache, die wir haben. Hart. Harte Mission. Und um ehrlich zu sein, finde ich das irgendwie schon ganz cool. Also, klingt jetzt ein bisschen komisch. Dass es auch jetzt mal jemanden erwischt hat. Ich habe schon ein bisschen Angst. Na, ich würde sagen, das versuchen wir jetzt. Obwohl, wir lassen ihn noch mal näher kommen. Aber dann geht das wieder schief. Jetzt ist eine gute Entfernung da. So, sind jetzt immer noch Gegner da? Ja, ne? Sonst würde ja, glaube ich, eine Nachricht kommen, ne? Ach, du Scheiße. Oh Gott. Diese Mission macht mich fertig. Diese Mission macht mich fertig. Wir schicken mal... Ich würde gerne mal hier komplett aufs Dach gehen. Wie das? Das Problem ist, jetzt fehlt uns Blood, ne? Wir sind hier noch alle verborgen. Okay. Mit wem gehen wir jetzt los? Wer ist jetzt unser Dream Team? Barry und MD? Oh Gott. Auf die müssen wir uns jetzt verlassen. Das ist ein Problem, Heidenzik. Ich werde silenzulch gehen. So, warte mal. Von hier sind wir reingekommen. Hier kann es nicht sein. Die oben haben wir erledigt. Es muss in dem Bereich hier sein, würde ich sagen. Äh, vielleicht... Ja. Wir müssen ihn auf die andere Seite. Ah! Wir haben ihn. Hier unten. Äh, Kalina hat auch Sicht. Oder auch nicht. I shall not make a noise. Haben wir hier vielleicht? Ja. Gut. Wie kommt der da weg? Nehmen wir mal an, wir treffen ihn nicht. Wie kann der jetzt hier hochlaufen? Äh... Wahrscheinlich muss der da durch. Ich sehe jetzt keine andere Möglichkeit. Insofern... Müssen wir jetzt hier keine Panik schieben. Sondern bringen Barry wieder da zurück. Und MD auch. Wir checken mal kurz, wie gute Chancen sind. Sieht ganz gut aus eigentlich. Wir warten mal, bis die anderen die Position erreicht haben. Und versuchen das Ganze. Okay, wir haben's. Kalina direkt Stufe 3 erreicht. Sehr schön. Puh. Okay. Meine Güte. Okay, es hat den Boss erwischt. Aber so ist es. Ich würde sagen, wir laden nicht. Oder so. Ich bin da jetzt ziemlich überzeugt von. Es ist einfach, die Geschichte von Walter Kiesel ist zu Ende erzählt. Und wir werden uns überlegen, wer der neue Boss ist. Entweder wir ordern jemanden oder jemand aus unserer Truppe wird der neue Boss. Was wir jetzt heute noch machen, wir werden jetzt hier nochmal alles absuchen, alles looten, das Inventar-Management machen und wir werden uns überlegen, welchen Söldner wir noch engagieren und wer der Boss wird und das Level Up von Kalina machen. Also, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Gut. Wo fangen wir an? Vielleicht, achso, mit dem haben wir schon geredet. Ja, alles klar. Ich würde sagen, wir fangen erstmal in diesem Gebäude an. Order akzeptiert. Walter hat eine Truppe organisiert, damit hat er seinen Zweck erfüllt. In gewisser Weise. Das ist seine Geschichte halt jetzt. Und dann hat die Truppe halt weitergemacht. Was laufen jetzt die Leute rum? So, wir sollten mal mit denen reden hier, ne? Geht nicht. Wahrscheinlich gehen die jetzt nach Hause. Wir haben ein Verhältnis. Irgendwas wurde gesehen, aber ich weiß nicht was. Ah, warte mal. Welche Taste blendet nochmal die ganzen Gegenstände ein? Oh, MG42. Naja. Let's uns sehen, was der Lord in his wisdom has given us. Ich finde das ein bisschen universistisch, dass man immer das von der obersten Etage sieht. Das nervt mich ein bisschen. Okay, noch eine AK 75%. Na ja. Wir entscheiden das später, was wir kaputt machen. Kalina hackt. 1000 Dollar. Gut. Ah, da geht's auch unter die Erde. Okay, das ist dann die nächste Mission. Ja, und jetzt ist es auch klar. Ich denke, wir werden jetzt auf jeden Fall uns erstmal ausruhen. Das ist selbstverständlich. Hier ist noch was. Mhm. Alles klar. Ja, wir haben aber schon einige gut gemordete AKs. So, da oben ist auch ziemlich viel Kram. No sweat. Laufen wir mal nach oben. Aber halt, wir haben ja hier noch... Wie? Stone plündern? Are there any sweets for good little girls? Oh mein Gott, ja. Verdammt. Der Saphir werden wir gleich verkaufen. Die werden wir auch verkaufen. Beschädigte Saphir. Kann man die vielleicht reparieren? Das scheint ja eine krasse Waffe zu sein. Eine noch bessere Schlotflinte, als wir haben. Und das ganze Zeug hier, das wird natürlich nervig. Hoffentlich reicht das Inventar für die Aktion. Walter hat einen perfekten Abgang gemacht. Genau, finde ich auch. In Bauchlage sogar. Aber wisst ihr was? Wir werden Kalina vielleicht erst mal Level Up machen. Mal überlegen. In 80er Bereich ist sie nur bei Treffsicherheit. Das bringt uns hier nichts. Ja, es ist halt die Frage. Wartet man auf ihre Beweglichkeit? Das bringt für sie nichts. Feinde mit Statut. Wann erreicht man flankiert? Wenn ein Charakter von beiden Seiten bedroht wird. Das könnte für sie noch ganz cool sein. Er hat den Grundstein gelegt, genau. Also, was würdet ihr... Was meint ihr? Soll man in dieser Situation lieber auf eine höhere Beweglichkeit warten und nicht den Vorteil verschwenden? Oder wollen wir Flankierer nehmen? Was auch okay ist für sie. Die Beweglichkeit levelt eigentlich recht fix, ja. Das sind nur zwei Punkte. Flankieren ist schon auch gut, ne? Hatten wir aber... Hatten wir zum Beispiel heute einmal irgendwie flankiert? Da muss man schon irgendwie schon sehr stark von der anderen Seite schießen, oder? Hm. Was kommt denn hier? Wirklich coole Sachen. Hohe Position. Das ist natürlich stark, ja. Stürmen. Blitzschnellere Felge weiche dem ersten erfolgreichen feindlichen Angriff aus, indem du blitzschnell in Bauchlage gehst. Ich finde, das ist für Sniper nicht das Entscheidende. Also, hohe Position ist schon das Bessere. Naja. Ich glaube, ich warte. Okay. Dann soll sie das aber bitte deaktivieren. So. Noch so eine MG42, die werden wir doch nie verwenden. Komm, die werden wir gleich verschrotten. Aber mal, RPK? Ist sie irgendwie besser? Ich fürchte halt, wir haben jetzt fast keinen Platz mehr. Acht mal acht. Acht mal acht? Ach du Scheiße. Aber für wen? Na gut, die können wir auf jeden Fall schon mal dann verschrotten. Ja, das ist ein Maschinengewehr. Naja gut. Wir nehmen die mal mit. Vielleicht haben wir... Ich meine, es wäre schon nicht schlecht, wenn wir auch vielleicht einen neuen Söldner haben, der vielleicht damit umgehen kann. Ähm. Das wäre ich auch verschrotten. Wir haben so viele Normale davon. Okay, damit haben wir hier oben erstmal alles. Gut. Dann gehen wir mal... ...auf den Hof. Gucken mal, war da vorne noch was? Aber da oben, das würden wir, glaube ich, sehen, ne? Was ist jetzt eigentlich mit den Gefangenen? Aber wir können nicht mit denen reden. Na gut. So. Bauteile. Granaten sind so wichtig. Wir gucken hier nochmal ins Klo rein. Boah, so richtig... Diese... Oh, weißt du was? Diese... Da habe ich mal auf dem Bahnhof in Sofia in den 90ern auf so einem Klo gestanden. Let's take a walk. Und das Übelste war, dass es gab noch nicht mal Türen, so richtige, sondern nur so eine Western-Saloon-Türen, wo man unten das sah und oben das. Das war echt demütigend, muss ich mal sagen. Die demütigste Klo-Erfahrung meines Lebens war das. Ja, ja, Interrail-Tour, genau. So. Laufen wir einmal rum. Okay, da haben wir noch ein Kistchen. Verschrotten wieder. Okay, hier war noch eine Falle. Aber Alarm ist ja irrelevant. Wobei wir natürlich auf Fallen auch ein bisschen aufpassen müssen. Da kann schon noch vielleicht der Nächste hier totgehen. So eine Chemie-Mine oder so. Da muss ich dann ganz schnell die Leertaste hämmern. Okay, jetzt sind wir einmal rum. Dann marschieren wir jetzt hier ins Gefängnis selbst rein und gucken da noch mal. It is locked, but I can make it be not locked, if you are understanding my meaning. Mach doch mal. So, Falle deaktivieren ist auch dein Ding. Oh, direkt noch. Tide geboren, sehr schön. So, dann laufen wir hier unten rein. So, ihr seid frei. Lauft. Aber die interessieren sich irgendwie nicht dafür, die glauben noch nicht, dass es so ist. Gott, was für schlimmste Bedingung. Es sieht so richtig übel aus. Meine Güte. Ich finde, es ist aber auch echt gelungen, das so erbärmlich darzustellen. So, Carina. Du bist noch mal dran hier. Okay. Aber wir dürften noch eins haben. Nein, was habe ich jetzt gemacht? Waffenwechsel? Nee, wollte ich nicht. Sie hat noch mehr davon. Warte mal, kann man die wieder aufladen oder was? Wenn die 0% haben, haben die noch irgendeine Bedeutung, Chat? Kann man die reparieren, die Schlosserwerkzeuge? Oder sind die dann einfach futsch und man kann sie verschrotten? Nur zerlegen. Okay. Dann sorgen wir ein bisschen für Platz. Gut. Wir gehen? Wir gehen? Wir gehen? Wir gehen. Wir gehen. So, hier scheint auch nichts zu sein. Was passiert hier unten eigentlich? Das ist ja noch schlimmer. Grand Chien is a hellhole? Was soll das bedeuten? Hellhole. Ach so. Ein Höllenloch. Alles klar, ja. Boah, schaut euch das mal an hier. Diese Matratzen und alles hier. Boah, wie schrecklich. Echt übel. So. Ich würde sagen, hier haben wir alles. Was ist hier drin noch? Ist hier irgendwie noch eine Falle oder sowas, die wir noch entschärfen können? Habt ihr sonst noch was gesehen? Könnt ihr gerne sagen. Ah ja, hier ist noch eine Falle, die wir deaktivieren können. Okay. Gut. Dann haben wir jetzt erstmal das Gebiet gelootet. Dann gucken wir mal, was für eine Mail wir bekommen haben. Hallo, Mann, findest du die Rechnung für Stone? Söldner Name ist Stone. Status Tod. Vertragsdauer 15 Tage. Vertrag aufgrund des Ablebens des Söldners beendet. Gezahltes Gehalt 7000. Die nächsten Angehörigen von Stone wurden von dem Ableben Kenntnis gesetzt. Vielen Dank für deine fortlaufende Unterstützung und Kooperation. AIM Rekrutierungsteam. Ah ja. So. Gut. Ich glaube, zu quatschen gibt es dann hier auch nicht mehr. Das Blöde ist natürlich, dass wir jetzt den Underground nicht haben und eigentlich diese Nachtaktion ja noch machen wollten. Ich check mal ganz kurz. Würden wir jetzt? Aber wir müssen ja aber auch heilen und so. Das können wir sowieso vergessen. Ankunftszeit 6.48. Also diese Nacht wird das nix. Okay. Diamanten sind da. Ja. Es gibt hier zwei Möglichkeiten. Entweder wir wählen jetzt für uns einen von den vorhandenen Leuten zum Boss oder wir suchen uns einen neuen aus. Das Geld 44.508 am Tag. Wir brauchen aber auf jeden Fall. Ich meinte, wir kriegen einen LifeWire, aber die passt jetzt. Das ist jetzt eigentlich kein gutes Team. Also die passt jetzt irgendwie nicht rein. Wir brauchen schon irgendwie noch einen anderen, meines Erachtens. Die Frage ist, was wir uns leisten können und wollen. Ich sag mal so. Aus dem Team, wenn man jetzt mal so ein bisschen von der Führungsqualität ausgeht. Kalina Sokolova hat 52. Also so von ihren Werten her wäre Kalina eigentlich sozusagen die neue, wahrscheinlich der neue Boss. Oder man sagt wegen der Weisheit MD, aber Weise sind auch andere. Zum Beispiel Banz. So, wir gucken mal kurz auf die Leute. Also es sollte schon irgendwie jemand sein mit Führungsqualität. Raven 19, Thor 61, Wolf 18, Ice 25, Meltdown 24, Grunty 21. Tatsächlich Thor ist witzigerweise auch ein Deutscher. Würde irgendwie passen. Ist halt die Frage. Der kommt natürlich jetzt komplett von außen. Ist das irgendwie komisch, wenn der neue Boss von außen kommt? Man könnte ja sagen. Ja, es ist halt. Die Bosse kommen halt aus irgendeinem Grund irgendwie aus Deutschland. Der nächste deutsche Mose. So, Thor ist natürlich ein Arzt. Ne? Das ist an sich nicht so gut. Andererseits ist es ja auch gut, wenn er, also deine Treffsicherheit ist auch okay. Ich meinte, Stone hatte schon 78, aber das wird. Seine Weisheit ist gut, passt gut. Hat sehr, sehr gute Werte. Hier Beweglichkeit, Geschicklichkeit. Das ist ein guter Allrounder. Hat sogar ein bisschen Technik. Ähm, das ist ja nicht schlimm, wenn man zwei Ärzte hat oder so. Elite finde ich zu teuer, ja. Ich meine, so viel teuer sind sie nicht. Wir gucken mal. Ron Raider Higgins. Wäre eine Möglichkeit. Der sieht auch aus wie ein Anführer. 13.000. Ich meinte, er kostet 11.000. Aber ich finde es irgendwie ganz spannend, wenn die Anführer aus Deutschland kommen. Helmut Grant wäre auch noch eine Möglichkeit. Ähm, so, was hat er hier? Kräutermedizin. Produziert alle 48 Stunden Kräutermedizin. Heimlich tue er. Beim Schleichen mir feinde, schwieriger zu entdecken. Spirituell. Garantiert minimale Genauigkeit bei hoffnungslosen Angriffen. Stressmanagement. Werde inspiriert, nachdem du zum ersten Mal im Kampf einen negativen Effekt erlitten hast. Und Retter. Ja. Ja, na gut. Firmensitz liegt in Deutschland, ja. Könnte man sich überlegen. So, bis dahin müssen wir natürlich ohne auskommen. Ist klar, der braucht auch wieder. Aber ich finde das okay. Okay. Ich glaube, wir nehmen ihn. Er ist der neue Boss. Ich glaube nicht, dass wir noch einen erstellen können. Nee, die Möglichkeit gibt es nicht. Das wird ein entspannter Boss. Ich glaube, bin mir nicht sicher. Nee, ich finde das okay. Wir machen das so. Wir entscheiden das einfach im Roleplay. Und Walter Stone ist halt gestorben. Und der neue Mann aus Deutschland ist Thor Kaufmann. So ist es halt. Thor liegt finanziell nicht drin, sagt Pöhl90. Hallo, ich bin Thor Kaufmann. I am always open for new adventure. What are you proposing? Elf Tage, äh, sieben Tage 11.000, 14 Tage 14.000. Lass das mal kurz hochrechnen. Äh. Also. Wir haben 44.000. Wir müssen Buns bezahlen. Sehen wir irgendwo, wie viel Buns kostet. Warte mal. Team Buns. Hallo. Mein Kontrakt ist expiring. Das Team wird ohne meine superioren Skillset. Also ich bin bereit, unsere Arrangement zu fortsetzen. Ähm. Meine spielmechanische Frage. Wenn ich jetzt verlängere, werden die zwei Tage da draufgeschlagen? Weiß das jemand? Oder, ähm, Also sind es dann von jetzt an noch 16 Tage? Das würde ja Sinn machen, weil sonst verliert man ja zwei Tage, oder? Ja, werden auch verdient, okay. So, dann lass mich mal kurz... Ich do not tolerate time wasting, but I will make an exception. Benevolence is one of my many virtues. Okay. Ja, ist gut Buns. So. Nach... Also. Wir... Das... Diese fünf Leute kosten uns, äh, ungefähr... 33.000. So. Plus natürlich... LifeWire, die jetzt noch nicht da ist. Die wir aber erst in 14 Tagen wieder bezahlen müssen. Wenn wir jetzt... Wenn wir jetzt den holen... Für 14.000 haben wir 30.000 noch. Bis dahin verdienen wir aber auch noch ein bisschen. Wie lange halten die anderen Verträge noch? Warte mal. Ich finde diese... Mit dieser Schätzung komme ich da überhaupt nicht klar, was das Spiel mir da erzählt. Ähm... Sieben Tage. Sieben Tage. Sieben Tage mal 5 sind dreieinhalb Tausend. Das würde gerade so reichen, um in sieben Tagen das Fünferteam komplett zu verlängern. Man findet ja auch noch Zeug. Kann ich mir vorstellen. Also wenn wir jetzt hier noch ein bisschen was machen, irgendwie finden wir noch ein bisschen Kohle. Das würde gerade so hinhauen. Das bedeutet aber, dass wir dann auf jeden Fall relativ schnell hier hin müssen. Die nächste Mine holen. Und vielleicht in der Stadt irgendwie noch ein bisschen Kohle bekommen. Ja, das scheint noch ein bisschen zu dauern, die Diamantenlieferung. Ja, kann man... Kurze Frage. Kann man die Diamantenlieferung auch auf hoher See abfangen? Wahrscheinlich nicht, ne? Das muss man dann irgendwie auf dem Landgebiet machen. Hier. Äh... Nächste Spielmechanisch-Frage. Wenn das so ausgezeichnet ist, ähm... Gehen die da an Land? Oder ist das einfach nur eine blöde Darstellung und es ist ein Wasserfeld und man kann es nicht abfangen? Da geht es. Okay. Das heißt, wir müssen vom Timing eigentlich das hinbekommen, wenn die dort sind, da zu sein. Okay. So, okay. Das ist jetzt eine schwierige Entscheidung. Wir könnten natürlich auch sagen, wir gehen das Risiko nicht ein und spielen halt mit Livewire als sechstes Teammitglied und versuchen auch so irgendwie klar zu kommen und sagen, das ist unser Moment zu heikel. Und es gibt dann erstmal Kalina oder MD ist dann wahrscheinlich kurzzeitig der Boss oder so. Also es ist schon ein bisschen unschön, sag ich mal, aufgrund von Geldmangel dann irgendwie Probleme zu bekommen. Ich bin da... Ich bin da echt unsicher. Wie ist bei euch so die Stimmung in der Frage? Ja, es ist so ein bisschen lame, jetzt erst auf eine Miene zu warten und dann den Söldner zu holen. Ja, die nächsten 14 Tage sind gedeckt, also spricht nix gegen Thor. Oh, ich würde auch sagen, Bauchgefühl sagt ja, man kriegt so viel nebenbei, so ein Kram. Wenn die Miene geradet wird und verloren geht, dann GG. Ja, gut. Klar. Dann erwähnen wir sie wieder zurück. Wir sind ja noch im Dreivierteltag da. Wir machen das. Wird schon. Ich speichere mal lieber, bevor die Entscheidung getroffen wird. Wir nennen den Speicherstand vor Thor. Wir nehmen ihn. Thor ist der neue Boss. Na, dann ist ja gut. So, volle 14 Tage. Auf geht's. Jetzt werden es die Stone Troopers. Ja, stimmt. So. Bitte auch zu den Docks kommen. Okay. Dann machen wir noch ein bisschen Inventarmanagement. Den Untergrund müssen wir jetzt erstmal so lassen. Wir gucken mal, ob... Erstmal gucken wir mal hier uns die Waffen an. Barry hat ja eine Schrotflinte. Das würde ich mir gerne mal vergleichend anschauen. Muss er die dafür tragen, um das zu vergleichen? Umschalt vergleichen. Ja. Mal... Kann ich mir die nicht gleichzeitig angucken? Geht nicht, ne? Nervig. Dann gucken wir uns das so an. Drei mal 26 Schaden. Acht Reichweite, drei Crit. Drei mal 22. Boah. Acht Reichweite, drei Crit. Das ist schon stark. Verringerter Bonus durch Zielen. Besonderer Feuermodus mit einer Schrot Salve. Das ist ganz offensichtlich das bessere Ding. Fünf AP. Gut, kostet sechs AP. Naja. Aber... Dreimal vier Schaden mehr. Ist schon ein Argument, ne? Kann man die nicht motten? Ja, die kann man ja auch noch massiv verbessern, ne? Ich kann mir vorstellen, dass wir kaum eine bessere Schrotflinte finden werden als diese. Insofern bin ich schon am überlegen, ob wir die dann jetzt auch wirklich selber mal motten. Die behalten wir aber als Zweitschrotflinte. So, okay. Das war das. Die schwere Rüstung vom Boss. Haben wir im Moment niemanden, der die vielleicht tragen sollte? Vielleicht er. Macht den natürlich langsamer. Keine Gratisbewegung. Ist eigentlich doof. Eigentlich mag ich das nicht. Die Gratisbewegung finde ich schon extrem stark. So, warte mal. Wir haben hier einen Helm. Hat jeder hier einen Helm? Ja, ne? Der Boss hat ja auch einen. Das ist insofern jetzt keine tolle Sache. Ich lege die mal kurz hier hin, einfach um das mal in der Übersicht zu haben. Das war das Maschinengewehr. Rpk. Galil. Galil. Hatten wir eigentlich noch eine AK irgendwo rumliegen? Ne. Die hatte ich, glaube ich, gleich verschrottet. Ja, die kann man dann auch erstmal mitnehmen. Ja, tatsächlich. So, die Granaten sind hier schon auf jeden Fall zusammengesammelt. Die kann Barry gleich in die Hand nehmen. Fällt euch noch was auf. Eine Pistole. Das war, glaube ich, die vom Boss. Ich glaube, die können wir auch einfach mal verschrotten. Das ist jetzt nicht so entscheidend. Und diese Galil ist besser als die Famas, ne? Klingt MD die erst mal. Wir haben sowieso hier Probleme mit der Munition. MD die Mollys wegnehmen. Ja. Ja. Wahrscheinlich ist es besser, ne? Das können wir das nächste Mal noch entscheiden. So, wir füllen auf. MD wird auch aufgefüllt. Den Rest tragen wir mit zu unserem anderen Platz, wo wir die Waffen sowieso zusammen haben. Ja, fällt euch noch was auf, was hier zu Menschen ist? Wir könnten nochmal überlegen, ob wir hier jetzt die richtig guten Waffen, ob wir die hier noch modifizieren. Also zum Beispiel das Ding, dass wir jetzt modifikationsfähig MD der Truppe wegnehmen. Alles ist besser als Famas. Ist sie so schlecht? Die AK-47 ist, glaube ich, nicht besser als die Famas, oder? Ja, wenn wir Parts hätten, können wir mehr zerlegen. Wir beginnen mal zu modifizieren. Was ist hier sinnvoll? Also, es wäre ganz cool, wenn er ein bisschen Reichweiteerhöhung hätte. Das finde ich ganz gut. Ich weiß aber nicht, ob das geht. Erhöhte Reichweite. Das finde ich gerade bei der Schrotflinte eine super wichtige Sache. Versuchen wir das mal. Wir haben Stahlrohr. Haben wir ja jetzt gerade gesehen, dass das ein Thema ist. Ja, hervorragend. Okay, haben wir unsere Reichweiteverbesserung. Sehr schön. Was gibt es hier noch? An der Seite. Taschenlampe. Markiert. Heimliches Töten ist damit völliger Quatsch. Eine Zielenstufe automatisch. Klingt irgendwie ganz cool. Größere Überwachungskegel. Mittlere Genauigkeitsbonus für Unterbrechenangriffe. Das machen wir damit nicht so doll. Bin jetzt nicht so überzeugend. Vergrößertes Magazin. Erhöhte AP-Kosten beim Nachladen. Größeres Magazin. Was hat das denn für ein Magazin? Sehe ich hier nicht. Magazin. Magazin 15. Das ist wegen des Automatikmodus. Finde ich jetzt aber auch nicht so überzeugend. Zielfernrohr. Zielfernrohr. Der Überwachungskegel. Überzeugt mich nicht. Was findet ihr noch cool? Also der Bereich ist vielleicht ganz nett hier. UV-Punkt. Könnte irgendwie ganz cool sein. Ein Zielstuhl wird automatisch zu jedem Angriff hinzugefügt. Das ist schon eine ganz gute Sache, ja. Machen wir das mal. Schwer. Mal gucken, ob Kalina es drauf hat. Okay. Haltbarkeit verloren. Das dafür können wir ein Chip nehmen. Okay. Wir versuchen es trotzdem weiter. Okay. Sehr gut. So. Damit haben wir hier solide verbessert, würde ich sagen. Ja, mit Live-Fire-Modden könnte man auch machen. Okay, die Galil. Ja, wir wissen noch nicht genau, ob er die jetzt behält. Er ist jetzt auch nicht wirklich der große Experte dafür. Kann man eigentlich eine Machete noch modden? Nee. Wir könnten natürlich gucken, ob wir diese... die Dinger noch ein bisschen weiter modden können. Ah, die haben wir schon komplett gemoddet. Okay. Und das Gewehr... haben wir auch schon komplett gemoddet. Da gibt es nicht mehr Optionen. Dann würde ich sagen, ist es das. Fällt euch noch was ein? Ansonsten sind wir jetzt fürs Erste zum Ende gekommen. Stufenaufstieg hatten wir ja schon besprochen. Es ist sehr viel, dass ich mit Kalina warten möchte, bis wir hier die 80 Bewegung erreichen, um die hohe Position zu machen. Wir sind bei 78. Braucht noch zwei Punkte. Ja, okay. Dann würde ich sagen, spannende Runde. Ich denke nicht, dass wir den Schwierigkeitsgrad hochdrehen müssen. Zumindest habe ich jetzt nicht das Gefühl. Das war schon heftig. Ja, aber es ist eine interessante Geschichte, sag ich mal, für unsere Truppe, dass Walter Kiesel jetzt erledigt wurde. Barry noch eine Pistole geben. Ja, das Problem ist, er macht ja seine Hohlladungsdinge, die nimmt er mir in die Hand. Aber ja, man kann ihm auch noch eine Pistole geben. Wäre auch eine Möglichkeit, ja. Dann kommen die halt ins Inventar. Man muss gucken, wie man das am besten macht mit ihm. Jetzt habe ich aber den Schwung gespeichert. Werde ich das direkt nochmal überschreiben. Wir müssen uns das nächste Mal überlegen, ob wir hier jetzt bleiben erstmal irgendwie alles heilen, ausruhen, reparieren und dann direkt in den unterirdischen Sektor gehen oder erstmal um uns dieses Ding hier kümmern. Diese komischen Typen, die sich da verkleidet haben. Ausheilen wird sich ja einen Augenblick brauchen. Ja, ich denke, das ist sowieso Pflicht. Erstmal die Verletzten heilen und dann müssen wir sehen vom Timing her, wie es ist. Aber wenn wir schon hier sind und wir geheilt sind, wäre es ein Quatsch, nicht da runter zu gehen. Ich meine, wir sind zwar nur fünf, ne? Das ist so ein bisschen das Problem. Aber es sind fünf gute. Krankenhaus wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Stimmt, ihr habt recht. Ja, 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 ja. Schnelle Heilung von Wunden. Das ist, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll. Gut, das ist nochmal ein Hinweis. Krankenhaus ist teuer. Ah, okay. Das ist natürlich wiederum nicht gut. Müssen wir uns überlegen. Okay. Naja, ja, ja. Wir machen jetzt... Okay. Wisst ihr was? Die Rechnung, die ich aufgestellt habe, funktioniert nicht ganz. Jetzt darf ich... Minus machen. Na gut. Dann müssen wir... Ja, stopp mal. Das ist halt Bans... Doch, doch, die Rechnung stimmt doch in gewisser Weise. Heiz ist Quatsch, was ich erzähle. Am Ende müssen wir ja... Bans einmal finanzieren. Und dann den Rest der Truppen. Doch, die Rechnung stimmt doch nicht. Das heißt, wir müssen in den nächsten sieben Tagen irgendwie Kohle noch machen. Ja, ja, ja. Ja, gut. Ist die Frage, wie schnell der ist. Ich habe das... Ja, ich meinte, der ist da gestartet. Ob der in sieben Tagen hier ist? Weiß ich nicht. Wir werden es sehen. Spannend auf jeden Fall. Mehrere Probleme, die da auf uns warten. Aber das finde ich gut. Gefällt mir. Ist schon schön. Schon schön, dass das heute ein bisschen Drama noch bekommen hat, nach diesem absoluten Durchmarsch beim letzten Mal. Mit dieser federfühlt hat mich immer noch alleine für Expandung gemacht hat. SWISSEN